Brille auf Multiplayer ist echt gut, Leute, Move und Aim sind geladen und bereit die neue Firewall-Saison, sie startet nebenbei, danach wird's erst richtig hart mit Spark, die Gläser beschlagen und der scheiß Arm wird lahm, es wird hier super hot, aber mann, der Spaß ist da und ob wir noch ne Runde zocken, wird nicht nachgefragt, aber halt, stopp, es ist schon kurz vor sechs und wir wechseln von der PS auf YouTube jetzt, denn es gibt News von Mo, ob PC oder Quest, es gibt viele da draußen, aber simply the best is Mo, der beste ist Mo, der beste ist Mo, der beste ist Mo. Der beste ist Mo, Mo Fun VR ist Mo, der beste ist Mo, der beste ist Mo, der beste ist Mo, Tenzin, Mo Fun VR. Gibt's was Neues in VR, sei sicher, Mo geht live und unterhält dich mit zwei Stunden No Man's Sky, auf jedes First Impression kannst du dich verlassen, also lass ein Abo da, dann kannst du nichts verpassen, ob auf Rügen im geschlossenen Buden mit gutem WLAN, hier gibt's heut kein Schnitzel, Alter, was geht man? Oder direkt von der Messe mit dem Phone, voller Einsatz, der beste ist Mo, 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 Tenzin, Mo Fun VR. Mo, Tenzin, Mo Man's Sky Ein wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Hi. Wir haben den ersten Sonntag im Monat und dementsprechend gibt es heute die Mo's VR News und Talkshow. Wir sind bei der Nummer 175. Ich habe echt keine Idee, wie lange ich das jetzt schon mache, aber ich glaube, es sind vier, fünf Jahre. Verrückt, verrückt. Hat sich eine Menge getan. So, auch heute wird es wieder ein bisschen Neuigkeiten geben. Wir reden, glaube ich mal, über das Thema Playstation 2. Ein Jahr ist sie jetzt alt geworden, irgendwie vor ein paar Tagen. Und wo wir so stehen, wie es uns so geht, dann gibt das Ding ganz normal einen Scheiß. Ein bisschen Updates. Ein bisschen Sachen, die in den letzten Wochen rausgekommen sind, speziell in der nahesten Zeit. Sachen, die nächste Woche rauskommen, Sachen, die in Zukunft rauskommen und so weiter. Ihr kennt das ja schon. Keine ganz große Überraschung heute. Einfach nur eine normale Sendung, wo wir ein bisschen abhängen und uns unterhalten. Und für alle, die das dann später in der Konserve sehen, werde ich wahrscheinlich dann morgen, sobald ich Zeit habe, noch Time Marks machen, sodass ihr zu den Themen, die ihr halt interessant findet, dann direkt hinspringen könnt und euch nicht das komplette Gesappel immer antun müsst. Ey, wisst ihr, was ich gerade merke? Mir ist irgendwie ein bisschen kalt. Ich glaube, ich ziehe mir mal ein Hoodie an. Moment. Irgendwann habe ich die ganze Zeit hier gesessen und das war okay und jetzt merke ich, nee, das ist nicht okay. Okay. So. Besser. So. Wir fangen natürlich an mit der Begrüßung. Wer ist denn heute alles am Start? Der Johnny Dixon hat als allererster Mahlzeit geschrieben. Der Kalle Max ist eventuell da. Der ist heute auch tatsächlich ein Thema hier. Dann Peter Netten, der doch riet 42. Gamecat. Und der macht sich ein Mojito. Sehr gut. Hauke Witthaus ist da. Dann unser guter Uwe ist da. Der Aigi, der Schnuff. Maren. Mexican Punches. Gismondo Fist. Der Carajo. Ura 81. Philipp Schickermann. Let's go, sagt er. Ja, sehr gut. Dann Philipp Schickermann hatte ich gerade, ne? Ja. Entschuldigung. Tribune 80 ist am Start. Der Lady ist da. Pierre Goldhahn. Huhu. Kann leider nicht. Werde erst morgen, aber definitiv nachholen. Vielen Dank. Sehr gerne, Herr Pio. Pierre. Nimm es nicht so schwer. Lola Sticks ist am Start. Benjamin Gordo. Ich schreibe alles klein. Hi an alle. Vollkommen okay. Thomas Pichler. Ich glaube, ich schreibe auch alles klein. So mittlerweile in meinem Leben. Thomas Pichler ist da. Carsten 72. Durch Direct X ist am Start. Komisch. Apollo 13. Dann Masterwalter. Mo und an all die da draußen, sagt er. Einen schönen guten Abend. Bobby Bob ist da. Tom C. Oh, shit. Jetzt ist hier wieder was gesprungen. Verdammt nochmal. Immer dasselbe, ey. Slady ist am Start. Ein kleiner Whisky. Ne, heute gibt es keinen Whisky. Ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ich habe vor ein paar Tagen eine Flasche Rotwein aufgemacht und ich dachte, heute wäre ein guter Moment, die mal dann zu finishen. Ja. Warum machst du dein VR-Talk-Treffen nicht mehr? Habe ich je eins gemacht? Wüsste ich nicht. Warum machst du dein VR-Talk-Treffen nicht mehr? Benjamin Gordo. Das musst du mal spezifizieren. Retro-Games, hallo. Marcel Wüterich. Gerold G. Moin an alle, die schon da sind und noch kommen. Moin, moin, moin. Samsonite ist am Start. Hansi P. Oh mein Gott. Irgendwie springt das manchmal immer, wenn so viel Text schon wieder da ist und ich nach unten scrolle, dann springt das und muss ich wieder raussuchen. Boxer-Biener ist da. Hi. Rote Hände. Rodrigo Airao Zulim. Beantwortest du die größte Frage? Ist PS4 A2 Töte? Töte? Ja. Die Frage werde ich heute beantworten. Hobbygamer ist am Start. Och, Kanzal. Servus. Michael Kaiser ist da. Tuna Max. Ich bin überall, ja. Auch sehr pfiffig von jemandem gleichzeitig einen Stream zu machen. In Szene 86 ist am Start. Hunter 27. Cerberus 777. Hoi. Dexter. Ist jetzt aber nicht der Dexter. Game Hits ist da. Tamixi Gaming. Baron Dele. Ihr habt echt kompliziertere Namen bekommen, Leute. So, und Doppi fragt, Kalle ist der Kalle? Ja, Kalle ist der Rainbow Reaktor Kalle. Auf jeden Fall. Ey, selbst mit Jacke wird mir gerade kalt. Ich glaube, ich muss mal im Arbeitszimmer das Fenster zu machen. Moment. Selbst mit Jacke ist ihm kalt. Und das nicht nur hier im Wald. So, unser automatischer Kameramann verfolgt uns. Mitglied seit 61 Monaten. Ach nee, warte, da machen wir noch gar nichts. Rob Scotch. Wartet alle. Nein, es kommt. Reni Gerlach sagt, hi, Grüße aus Schweden. Ich hoffe, du bist im Urlaub und entspannst dich da. Rob Scotch sagt, hallo, Matthias Mayer, Ralf B., moin, moin. Und der gute Grader, hallo, viel Spaß an alle, kann leider nicht bleiben. Was hast du vor, Grader? Am Sonntagabend. Der Dexter, teste bitte mal die Beta von Contractors Showdown. Ihr wisst ja, dass ich Contractors Showdown schon seit um Weihnachten herum spiele. Also für mich muss ich es nicht mehr testen. Ich weiß, dass es genial ist. Aber seit, kommen wir später auch noch zu, seit ein paar Tagen ist es in der offenen Beta. Jetzt darf man auch was zeigen. Vorher durfte ich das nicht. Ja, es war halt unter NDA, ging nicht. Und wenn ich, ja, kommen wir später zu. So, Gamer Hits ist da. Ihr seid recht, immer in Schwarz-Demo. Nee, nicht immer, aber momentan. Hallihallo, meine ich natürlich, sagt Rob Scotch. Rodrigo sagt, zu dem Ende von London Studios wird Blood & True 2 nicht mehr geben. London Studio, kommen wir gleich zu, hatte eh nichts mehr mit vorher gemacht. Insofern ist das kein echter Verlust. Ah ja, bitte Contractors Showdown testen. Ja, werde ich, möchte ich, könnt ihr euch darauf verlassen. Ich habe, wie ihr ja alle wisst, seit zwei Monaten oder so spiele ich täglich fünf, sechs Stunden Ghost of Tabor. Das nimmt mir so ein bisschen Zeit, andere Videos zu machen. So. Aber tatsächlich ist Showdown auch unfassbar. Und ich glaube, das wird uns sowieso in Zukunft auch knallhart begleiten. Wenn ich eines Tages eine Möglichkeit finde, also Leute, die hier oft auf dem Kanal sind, haben gemerkt, ich habe in der letzten Zeit verzweifelt versucht, von meinem PC was zu streamen. Einmal habe ich das Ganze über die Elgato-Karte gemacht und mit einem, egal, die technischen Details sind wurscht. Und da hat es geklappt. Seitdem nie wieder. Ich habe jetzt getestet, wie das eigentlich ist, wenn ich direkt von dem PC streame mit OBS. Also so wie das hier jetzt, nur auf dem PC, während ich gleichzeitig VR spiele. Funktioniert nicht. Selbst mit meiner externen 4070. Wenn man mit OBS gleichzeitig was streamt, dann habe ich in VR ein ruckliges Bild und das will man nicht. Ich will ja selber beim Spielen auch Spaß haben. Also bisher habe ich keine Konfiguration gefunden, in der ich einfach Sachen wie Ghost of Tabor oder Contractor's Showdown live streamen kann. Sonst würde ich super gerne tun, aber nicht auf Kosten meiner eigenen Spielfreude. Und das zu rekorden, da gibt es eine Möglichkeit, weil ich spiele ja solche Sachen dann über das Linkkabel mit der Quest. Mit der Quest kann man eine Aufnahme machen. Ja, die hat meistens keine negativen Effekte auf die Gesamtperformance. Aber mit der Quest zum Beispiel muss ich dann ein externes Mikrofon anschließen, weil das Eingebaute entweder gar nicht funktioniert oder zu leise ist. Und das ist halt eine Sache, die muss ich dann immer vorbereiten. Ja, also das ist dann so, dass ich extra mal sage, so jetzt nehme ich Sachen auf und es ist nie safe, dass das wirklich funktioniert. Der ganze Kram, wenn man keine Playstation VR 2 benutzt, ist immer so ein Spielchen. Und deswegen ist es halt, ja, ich würde es lieben, dass ich wie bei der Playstation VR 2 etwas spiele und einfach einen Knopf drücke, dann wird das alles rekordet, was ich mache. Und dann kann ich euch daraus Filme schneiden. Aber so geht das nicht. Und das ist momentan aber leider meine Spielrealität. Momentan spiele ich wirklich mit der Quest am PC. Ja, es ist eklig, es ist unangenehm, es hat ständig Fehler und Probleme, aber Ghost of Tabor ist es mir wert. Sobald das Ding für die Playstation VR 2 rauskommt, geht die Quest natürlich wieder in den Müll. Anyway, auch Contro das Shardone ist übrigens für alle Major-Headsets angekündigt. Ich weiß nicht, ob die Playstation VR 2 dazugehört, aber wenn das der Fall ist, dann kriegen wir da noch einen Riesentitel. Das war jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, weil die Themen haben wir später eh. So, Contro das Shardone. Guten Abend, sagt Martin, hi. Dein neues Format mit Aurasen, Sunshine 2. Warte nochmal. Ja, wo du uns befragst, dein neues Format mit Aurasen. Okay, das mit mir VR spielen. Ich habe das letzte Woche ausfallen lassen, weil tatsächlich ich keinen Mitspieler gefunden habe. Warum machst du dein VR-Talk-Treffen nicht mehr? Achso, du meinst, let's play and talk, das neue Format. Alles klar, ja. Genau. Letzte Woche ist ausgefallen, weil ich einfach keinen Mitspieler gefunden habe. Also, ich bin ja, ich gehe ja in der Liste von dem ersten Video, wo ich gesagt habe, ey, wer möchte mitmachen, gehe ich immer einen höher. Und dann habe ich halt einen gefragt, der wollte nicht mehr. Der sagte, nee, ich möchte doch nicht mehr in die Öffentlichkeit. Dann habe ich den nächsten gefragt, der hat nicht geantwortet, der hat es nicht mitgekriegt. Dann habe ich den nächsten gefragt, der wollte gerne, konnte aber nicht, weil er sich gerade um etwas anderes kümmern musste. Dann habe ich den nächsten angefragt. Also, ich gehe einfach mit der Liste hoch, habe mich den nächsten angefragt und mittlerweile war es dann schon, was weiß ich, Freitag oder so. Und ich versuche natürlich den Leuten auch ein bisschen Vorlauf zu geben. Der hat auch nicht ganz, also die Leute kriegen es nicht mit, wenn ich dann auf YouTube schreibe, du bist der Nächste. Und dann hatte ich echt mal für die Woche keinen Bock mehr weiterzufragen, ja, tatsächlich. Also, nächste Woche versuche ich nochmal mein Glück. Dieses Format, let's play and talk, hängt aber natürlich an den Mitspielern. Und wenn ihr euch eingetragen habt, dass ihr Mitspieler sein wollt, aber nicht antwortet, wenn ich euch schreibe, jetzt wärst du dran, dann, ja. Also, ich weiß nicht, wie ich da eine bessere Dynamik reinbringen kann. Ich kann halt nur in der Liste immer nach oben gehen, aber wenn ich in einer Woche, ja, ich fange montags an die Woche an, die Leute anzuschreiben, damit sie Zeit genug haben, sich darauf einzurichten. Wenn ich innerhalb von einer Woche keinen rankriege, ja, und die Leute sich nicht zurückmelden und so, dann spiele ich einfach Ghost of Tabor und bin auch glücklich. So einfach ist das. So, aber das Format existiert und falls sich der Nächste mal meldet, den ich angeschrieben habe, geht es auch weiter. So, ansonsten werde ich diese Woche Montag in der Liste wieder weiter nach oben gehen und hoffen, dass einer dabei ist, der es mitkriegt und antwortet. Ganz simple Geschichte, so. Aber ja, du hast recht und jetzt weiß ich auch, was du meinst. So, ein Foto aus Senf, Moinsen. Walker ist im Start. Ich bin nicht der Dexter, sondern das Original. Okay. Tunamax. Ja, Kalle ist hier aus dem Tunamax-Account unterwegs. Schocki, Schocki870, guten Abend. Dudelmar, guten Abend. Slady, Schocki, Boxerbiene, hallo Schocki. Aber leider wäre es immer weniger VR-Studios. Ja, wir sind schon mitten in Themen, Leute. Fünf bis sechs Stunden. Moinsen. Sagt Ensebremse. Das mit dem Namen geht dann doch mit einem Gläschen vielleicht runder. Ensebremse. Wahrscheinlich. Ja, wenn ich noch ein Schlückchen Wein nehme, dann kann ich die Namen besser runterrodeln. René Gerla, wann kommt Ghost of Tabor auf der PlayStation 5? Wenn ich das wüsste, würde ich es euch sagen. Dieses Jahr, vermutlich im Sommer, denke ich. Also ganz im Ernst, das Studio hat die PlayStation VR 2 und die Pico-Version für letztes Jahr, ich glaube, zweites Quartal oder so, auf der Roadmap gehabt. Jetzt ist ein Jahr vergangen und sie haben es nicht hingekriegt. Ist vielleicht okay so, denn das Game ist jetzt innerhalb von diesem einem Jahr auch gereift. Und jetzt könnte man annehmen, okay, die Roadmap, also es ist in Arbeit beim Studio, aber die sind nicht sehr schnell, habe ich zumindest das Gefühl. Tatsächlich ist das Spiel aber sehr erfolgreich und sie haben, glaube ich, gute Mittel zur Verfügung. Und man merkt es auch ein bisschen, habe ich das Gefühl, an dem neuen Content, der kommt, ja, der wirkt ein bisschen hochwertiger als das alte Zeug. Also je länger es dauert, desto besser wird die Version, die wir auf der PlayStation VR 2 bekommen. Macht es zwar jetzt unbedingt nicht besser, wenn ihr sehr ungeduldig seid, aber man kann nichts an anderen Leute. Wenn die so weit sind, sind sie so weit. Ich hoffe auch, dass es besser wird, weil ich halt, wie ihr seht, offensichtlich total Bock habe, das auch zu streamen und euch zu zeigen, denn das ist das, was ich hier eigentlich auf meinem Kanal mache. Das wisst ihr ja. Also ich teste keine Hardware oder Software oder so. Ich bin kein Dienstleistungskanal. Hier seht ihr das, was ich in VR mache und was mich interessiert, was ich interessant und erzählenswert und bemerkenswert finde. Und momentan ist es wirklich dieses Spiel, was ich wie ein bekloppter spiele. Und ich würde es euch gerne zeigen, aber nicht um den Preis, dass ich es dann rucklig in VR erlebe. Und das ist halt leider ein bisschen dumm. Ich habe jetzt wirklich mehrere Tage am Stück verbracht und mit meiner Technik alle möglichen Konfrontationen durchprobiert. Ja, kein Scheiß, ich lasse da nichts aus, aber es geht einfach nicht. Und ich bin da auch dann irgendwann, wenn man so drei, vier Stunden daran gesessen hat, ein Spiel zu streamen, dann ist man auch fertig damit und versucht es dann irgendwann nächsten Tag wieder oder so. Müsst ihr Geduld haben. Eines Tages wird das alles besser werden, hoffe ich. Ich habe auch tatsächlich, wie heißen die Jungs dann, Bestwerber gefragt, ob ich mal einen neuen PC-Laptop testen kann. Und die hatten das eigentlich bejaht. Ich weiß nicht, wann und ob ich einen kriege, aber vielleicht läuft das auch so. Also offensichtlich kaufe ich mir keinen neuen PC, wenn ich einen habe, für den ich vor drei Jahren mal 2500 Euro ausgegeben habe, der ja für mich zum Spielen taugt, nur nicht, wenn ich das streamen möchte. Das ist alles ein bisschen komisch. Und bei Tabor ist es offensichtlich eine Frage der Zeit, wann ich euch das auf einem Gerät präsentieren kann, auf dem man was präsentieren kann. Deswegen, naja. So, Manu Eva, Let's Play and Streams. Mit der Quest hat man auch oft Fehler in der Aufnahme, wenn sie länger geht, hoffentlich kommt bald Ghost of the... Ja, genau. Also wenn alles läuft, dann wird irgendwann der Sound von der Quest auch unsynchron zum Bild. Auch das ist nicht so richtig cool. Und wisst ihr, was lustig ist? Gestern zum Beispiel habe ich mit Piranha was Cooles aufgenommen, weil wir haben nicht selber den Boss in Matka Miest besiegt, aber den letzten Spieler, der da war, leider auf Kosten des Lebens von Piranha. Aber ich bin nun mit dem kompletten Loot raus, auch mit der grünen Karte. Tabor-Spieler wissen jetzt, was gemeint ist. Und ich habe dann aufgenommen, wie wir den grünen Karteraum geöffnet haben. Meine Quest hatte aber inzwischen beschlossen, das Format wieder auf 1024x1024 quadratisch zu schalten und nicht auf dem Standard 16 zu 9, den ich immer habe. Und sowas passiert ständig. Man guckt nicht vor jedem Recording nach, wie die Einstellungen sind, weil man nicht auf die Idee kommt, dass das sich selbst verstellt. Und sowas ist ständig da. Also ich habe jetzt eine Aufnahme, wie wir den Raum looten und dann kann man schön sehen, was da los ist. Großes Geheimnis gelüftet, so nach dem Motto. Und wenn ich die in so einem 16 zu 9 Format jetzt mache, dann muss ich alles stretchen und sieht scheiße aus. Und das wäre ja auch keiner. Fürchterlich. So, ich will nicht behaupten, was bei der PlayStation VR alles perfekt ist, weil wir ja da auch kein Shad mehr im Stream haben. Was ich aber Gott sei Dank mithilfe eines super netten Menschen lösen konnte. Ja, das ist erledigt. Aber wenigstens ist Rekorden und so geht perfekt und nahtlos. Und es ist ein Graus mit allen anderen Plattformen, ist es immer fürchterlich. So, hallo Andreas Palm. Philipp Schickermann. Mehr Infos gibt es von den Entwicklern leider nicht. Sobald die Veröffentlichung für die PlayStation VR 2 näher rückt, kommt auch mehr Infos. So, jedenfalls laut Scott. Ja genau, leider gibt es da gar keine neuen Infos bisher. Hi Tabor, macht echt süchtig. Das sehe ich genauso, Fischer, Michael. Wir sind da auch befriended Fischer. Wir können mal gerne zusammenspielen, sagen wir Bescheid. Gibt es dann ein neues Spiel bei dem Talk, den man... Oder bleibt das bei... Wir spielen erstmal Ares and Sunshine durch. Wie gesagt, ich brauche nur Mitspieler für das Format. Wenn es die Leute, die ich anschreibe, nicht melden, dann läuft es halt nicht. Hat mir gerade jemand 50 Euro gesponsert? Seid ihr verrückt? Gmon, feiern wir den ersten super in deinem Livestream. Hast du gerade 50 Euro gespendet? Alter. Dankeschön. Ich bin ein bisschen sprachlos. Also, Gmon, vielen, vielen Dank. Das ist das erste Geld für entweder einen neuen PC oder... Also sagen wir mal so, ihr wisst ja, ich bin immer sehr spartanisch bei solchen Geschichten. Ja, Hardware, die ich mir für den Job kaufe. Da gucke ich immer ziemlich genau, wie das langfristig mit der Effizienz ist. Ja, also dieses Notebook, was ich hier habe, ist meine Workstation, mit der ich arbeite. Und der letzte Mac, den ich mir zum Arbeiten gekauft habe, den habe ich 10 Jahre benutzt. Der hat irgendwie, glaube ich, 3.500 Euro gekostet, so einen Tonnen-Mac. Und ich habe ihn wirklich 10 Jahre benutzt. Ja, das ist natürlich ein No-Brainer, das Geld auszugeben. Dieses MacBook, was ich hier habe, habe ich jetzt seit zwei Jahren oder so. Das hat 5.000 Euro gekostet, das ist richtig teuer. Aber das macht alles, was ich brauche zum Arbeiten und wird es hoffentlich auch noch 3, 4, 5 Jahre machen. Und da ist das okay. So, ich habe im Büro einen PC stehen, den hatte ich mir irgendwann gekauft, eine alte HP Workstation. Zu der Zeit war noch nicht klar, dass GPU-Rendering das nächste Ding ist. Die hatte 16 CPU-Kerne, also war eine gute Renderstation. In die konnte ich dann später zwei Grafikkarten reinpoolen. Zu der Zeit waren es noch zwei GTX 1070 und dann war das mein Renderknecht. Also ich arbeite am Mac und render nebenbei am PC. Der PC im Büro hat jetzt aber tatsächlich, der ist jetzt so alt, dass die Prozessoren nicht mehr unterstützt werden von der 3D-Software, die ich benutze. Und ich stehe jetzt eh im Büro vor dem Problem, dass ich sage, okay, der PC, der tut es halt nicht mehr. Hole ich mir da einen neuen oder lasse ich es? Denn der Laptop, den ich hier habe, witzigerweise mit der angeschlossenen externen GPU, der rendert ganz schön was weg. Die sind echt okay. Der Laptop wiederum ist zum Spielen jetzt nicht so der Hammer, aber zum Arbeiten ist er eigentlich gut genug gerade noch. Also der PC-Laptop meine ich jetzt. Und ja, tatsächlich, also ich arbeite jetzt teilweise mit einem Laptop und render mit dem anderen Laptop. Das ist ein bisschen verrückt. Das werdet ihr wahrscheinlich von keinem anderen 3D-Artist hören. Aber die anderen 3D-Artists sind auch alle nicht so gut wie ich. Die brauchen halt mehr Power, um ihre Fähigkeiten zu unterfüttern. Ich brauche halt nur einen kleinen Rechner, weil ich einfach toll bin. Ne, der Witz ist aber, sobald ich eigentlich beim Job mal Bedarf hätte, wirklich viel und powerful zu rendern, wäre die Überlegung, sich mal einen modernen PC zu kaufen, gar nicht mehr so weit entfernt. Ja, weil das ist die günstigste Möglichkeit, günstig zu rendern irgendwie. Die Nvidia-Grafikkarten beim GPU-Rendering hauen die richtig was weg. Die sind echt teuflisch, ja. Also die eine 40-70, die ich in der Kiste habe, die knallt halt echt gut was weg. Damit kann ich meinen Jobs erledigen. Das ist echt verrückt. Und wenn ich einen Job mache, einen Film, einen größeren Film, ein Projekt, das über einen Monat geht oder so, dann lohnt sich das wirklich auch Geld zu investieren und so weiter und so weiter. Also mal sehen, was die Zukunft bringt. Das kann sein, dass ich irgendwann mir sowieso fürs Büro mal einen besseren, schnelleren PC hole, der dann eigentlich da als Renderknecht stehen soll. Dann hätte ich aber parallel sozusagen als Benefit, als Abfallprodukt auch einen schnelleren VR-Rechner zum Spielen. Wobei der dann allerdings im Büro stehen würde, wo ich nicht immer spielen kann und so weiter. Es ist immer alles so kompliziert, Leute. Oder ich mache es mir kompliziert, ich weiß es auch nicht. Normalerweise sollte mein Leben so aussehen. Ich habe hier zu Hause eine PlayStation 2, Punkt. Und damit spiele ich und bin glücklich und alles ist fantastisch. Was ich dann noch an Arbeitsgeräten habe oder so, ist komplett irrelevant. Und das ist aber jetzt leider durch 1, 2 Spiele immer bombardiert worden. Ich brauche wirklich sonst gar nichts auf einer Quest. Ich habe mir Asuka's Wrath angeguckt und finde das eigentlich wirklich interessant. Ich habe es aber einen Scheiß weitergespielt. Es machte auf mich einen richtig guten Eindruck. Und dann habe ich noch eine Runde gespielt und fand es schon wieder voll langweilig. Aber sowas wie Ghost of Tabor oder Contractors Showdown, das ist voll mein Ding. Also so eine Extraction Shooter oder Warzone ähnlichen Geschichten. Da habe ich voll Bock drauf irgendwie. Und die gibt es momentan nicht auf der PlayStation 2. Da müssen wir einfach warten, bis die kommen. Aber ich habe gerade voll Bock, die zu spielen. Und ich überlege gerade, was ich spielen würde, wenn ich das nicht hätte. Ja, wahrscheinlich das Übliche so. Irgendwie mal eine Runde No Man's Sky und halt die neuen Titel, die immer erscheinen. Das kennt ihr ja, die spiele ich ja schon alle. Habe ich jetzt aber in den letzten Wochen auch ein bisschen schleifen gelassen. Ich habe Titel auf der PlayStation 2 gespielt und auch tatsächlich aufgenommen, um euch Videos draus zu machen. Aber ich hatte keinen Bock, das Video dann auch noch zu schneiden, weil mich das Tabor-Zeit kostet. Werde ich natürlich immer ein bisschen nachholen jetzt demnächst. Also das soll nicht für immer so bleiben. Ich möchte kein Tabor-Kanal werden hier. Es soll schon ein bisschen vielfältiger bleiben wie immer. Aber momentan ist das einfach mal so. Und ehrlich gesagt, ich genieße das auch. Es ist mir schon lange nicht mehr passiert, dass ich einfach Tag und Nacht nichts anderes spielen möchte, als ein Feuerspielen. Auch die richtig geilen Titel, so ein Astrobot oder sowas damals. Ich habe es gespielt, gestreamt. Wir haben uns alle gefreut. Ich habe gedacht, wie geil ist das denn bitte? Und dann habe ich aber nächste Woche wieder weitergespielt. Und das ist ein Spiel, wo ich wirklich jede freie Minute, die ich habe, Bock habe, es weiterzuspielen. Weil man immer irgendwas machen kann. Und selbst vor zwei Nächten habe ich von nachts um zwölf bis morgens um fünf meinen Bunker aufgeräumt. In VR. Sowas läuft gerade hier bei mir. Das ist ein bisschen crazy. Das ist eine Ausnahme. Aber ich liebe es. Hast du einen Laptop oder einen Rechner? Fragt Matzer. Und die Antwort ist ja. Ich habe einen Laptop und einen Rechner. Aber der Rechner ist halt alt und verträgt sich hier zum Beispiel mit der 4070 auch nur bedingt. Aber wobei das geht. Ich habe aus Spaß im Studio mal, im Büro mal getestet, wie der Rechner mit der 4070 sich verhält. So natürlich recht performant. Da hatte ich aber kein Linkkabel dabei. Also musste ich über Wireless irgendwie machen. Und das ist auch immer so ein bisschen meh. Aber grundsätzlich könnte der spielen. Mal gucken. Aber ich finde halt klassische PCs ätzend. Weil den möchte ich auf jeden Fall nicht hier zu Hause haben. Weil dann habt ihr ja nicht nur den Rechner, mit dem ihr spielen müsst. Sondern ihr braucht dafür eine Tastatur, eine Maus, einen Monitor. Und das ist ganz viel Krempel mit ganz vielen Kabeln. Das ist halt echt vollkommener Scheiß. Das will ich nicht haben. Also meine einzige Möglichkeit zu Hause am PC zu spielen, wird immer ein Laptop bleiben. Weil alles andere, also ein Laptop kann ich einklappen und in den Schrank legen. Und dann liegt er hier nicht in meinem Wohnzimmer, wo wir essen und leben und so. Das ist wichtig. Das ist vielleicht was sehr Persönliches, aber brauche ich so. Kein Thema. Du musst supportet werden, sagt Gimon. Danke Mann, Alter. Das kommt schon. Also 50 Euro ist echt eine Menge Geld. Vielen, vielen Dank. Ich kaufe da von Isar einen schönen Blumenstrauß. Okay? Machen wir so. Also von ein bisschen. Rest behalte ich. So. Entschuldigung. Lange Rede. Naja. Immerhin steht Ghost of the Power für die PSVR-Zähne hoch auf der Prio-Leiter. Genau. Also. Ich bete mit euch zusammen, dass es bald kommt. Denn auch ich habe Lust, das mal in richtig gut zu spielen. Auf dem PC finde ich es jetzt okayisch. Ich habe da eine Einstellung gefunden, wo ich eine recht gute Auflösung habe und bei 80 FPS spielen kann. Aber wie gesagt, am PC ist es auch nicht, wenn man es einmal geil hat, ist nächsten Tag wieder nicht. Und dann spinnt mal Link oder so. Und wenn ihr in diesem Spiel seid, in Tabor, wo ihr nicht einfach abspeichern könnt und neu starten und so ein Scheiß. Wenn ihr draußen im Level seid und da plötzlich irgendwas anfängt zu spinnen mit der Link-Verbindung oder so, dann seid ihr echt am Arsch. Dann verliert ihr teilweise viel Zeug und viel Zeit, die ihr investiert habt in das Zeug und so. Und das ist nicht gut. Und das passiert halt auch immer wieder. Und mein Traum ist es, auf der PlayStation VR zu spielen tatsächlich. Weil da zumindest in einem geschlossenen System das Spiel halt so laufen wird, wie es laufen wird. Und dann ist es gut. Und das Gute ist, Ghost of Tabor läuft auf der Unreal Engine. Wir haben also eine realistische Chance, dass der Port für die PlayStation VR 2 auch gut wird. Weil Unreal Engine unterstützt halt all diesen ganzen Schnickschnack, den die PlayStation VR hat, wie Eye-Tracking und Vorfeldrendering und so. Wenn der Entwickler das benutzt, dann haben wir eine ziemlich gute Chance, eine gute Tabor-Version zu bekommen. In letzter Zeit gab es ja ein paar Spiele, die auch auf der PlayStation VR 2 nicht so irre abgeliefert haben, technisch. Und ja, es ist echt übel, dass du auf einen 2500 Euro Rechner, gerade zwei bis drei Jahre alt ist, nicht Ghost of Tabor flüssig spielen kannst. Ja, ja, ja. Aber das ist ja das typische Problem beim PC. Das liegt jetzt gar nicht daran, dass diese Rechner zu langsam ist, sondern dass quasi kaum ein VR-Spiel sonderlich optimiert ist, ja. Kurioserweise außer dem fettesten VR-Spiel, das es jemals gab, Half-Life Alyx, läuft auf einem durchschnittlichen Rechner richtig gut. Zu allen anderen Spielen nicht, ja. Egal, ob ihr einen, keine Ahnung, so einen Drei-Körner-Twigs in VR spielt auf dem PC oder so, es ist immer Glück, wenn es läuft. So, es sei denn, ihr seid ja, mir alles egal, mein Hobby ist mir das Wichtigste, ich stelle mir jetzt hier eine 5000-Euro-Kiste mit einer 40,90, dann habt ihr eine Chance, dass ungefähr 70% aller Spiele eigentlich gut laufen. Eigentlich. Denn, dass der Link mal abspackt oder so, das ist trotzdem so, ja. Das bleibt immer so. Boom. Alright. So, genug darüber geredet. Wir sind noch gar nicht zu den Themen gekommen, Leute. Es soll ja hier heute auch gar keine, ähm, vielleicht muss das mal raus. Wer weiß das schon. Was arbeitest du? Fragt René Gerlach. Ich bin 3D-Motion-Designer, ja. Ich denke mir Filme aus, ich denke mir Optiken aus, also ich mache sehr viel von dem kreativen Part, aber weil ich halt die letzten 15 Jahre, 15 mehr noch, keine Ahnung, auch das alles in 3D mache, kann ich halt den ganzen Film auch selber machen. Und das passiert auch oft, ja. Oft, wenn ich Jobs habe, mache ich den einfach komplett alleine. So, manchmal ist es so, dass man das dann mit einem Team zusammen macht. Manchmal bin ich auch einfach nur als Teil eines Teams gebucht und so weiter. Und genau, mein Hauptjob ist, 3D-Filme und Grafiken zu machen und dabei aber mir meistens auch noch die Filme selber auszudenken und solche Geschichten. Deswegen bin ich auch nicht so ein super Hardcore-3D-Operator, ja. So ein Typ, der wirklich den ganzen Tag endlos Flüssigkeitssimulationen machen muss oder so ein Kram. Und mir reicht eigentlich so ein durchschnittlicher Rechner zum Arbeiten, ja. Und da kann ich alles drauf reißen, was ich machen muss. Aber das ist mein Job. Und deswegen bin ich auch hier, deswegen hat mich VR zum Beispiel auch interessiert, weil ich halt mich mein ganzes Leben dann beschäftige, 3D-Welten zu bauen und mir auszudenken. Und die Chance, in 3D-Welten drin rumzulaufen, das geht halt nur in VR. Oh man, das ist ja wohl naheliegend. So, aber ich war auch noch nie der Typ, der gesagt hat, ich bin 3D-Operator, ich gebe jetzt 20.000 Euro für einen PC aus, der ausgestattet ist wie ein nasser Hund. Ne, das habe ich auch noch nie gemacht. Warum auch immer, das finde ich manchmal sogar selber ein bisschen komisch. Aber ich finde schon, dass so eine Investition von 5.000 Euro für Notebook, ja, hier, das Mac-Ding, das ist schon happig, aber da war zum Beispiel bei mir auch die Entscheidung, dass ich es explizit mobil haben wollte, ja. Ja, ich möchte mit diesem Gerät hier auch mal einen Monat irgendwie auf Rügen verschwinden können in unserem Ferienhaus oder so, was wir von unserer Familie haben und möchte trotzdem da arbeiten können, wenn dann jemand anruft und sagt, ey, kannst du da hinten nochmal drehen und so. Das war so der Gedanke dahinter. Ja, deswegen dieses mobile Setup, das ist natürlich nie das performanteste, aber es ist für mich schnell genug und speziell bei den Notebooks oder so hat Apple mit den M-Chips hier ganz schön reingeknallt. Also die CPU von den Dingern ist sowieso sauschnell. Die GPUs sind vollkommen durchschnittlich, aber jetzt gerade in der letzten Generation bei den M3-Prozessoren haben sie auch, wie heißen die denn, Retracing-Kerne mit eingebaut und die Performance im Verhältnis zu diesem Rechner hier von dem aktuellen Macbook hat sich tatsächlich beim GPU-Rendering gerade verdreifacht dadurch. Nur weil sie jetzt auch Retracing-Kerne haben, was speziell für meinen Arbeitsfall eine Verdreifachung der Performance darstellt. Also tatsächlich werde ich dieses Notebook eventuell nochmal gegen ein aktuelles durchtauschen, aber das muss dann zehn Jahre halten. So, dieser kleine Step, den sie noch in die Chips eingebaut haben, der macht tatsächlich einen Riesenunterschied. So, meine Lieben, ich muss mal kurz gucken, dass wir hier uns langsam den Themen nähern. Die PlayStation VR ist ein Jahr alt geworden, die PlayStation VR 2, ja, die andere war sechs Jahre alt und wir haben sie geliebt, ich liebe sie immer noch. Muss aber zugehen, ich habe sie nie wieder, nein, noch ein-, zweimal aus dem Schrank geholt, seit es die PlayStation VR 2 gibt. Allein aus der Tatsache heraus, dass ich sogar auf der PlayStation VR 2 immer mehr Spiele angucken und testen und sowas konnte, als ich eigentlich Zeit und Bock hatte dafür. Da blieb im letzten Jahr eigentlich kaum noch Zeit, dann mal zu sagen, heute schmeiße ich mal die PlayStation VR 2 an und mache was ein bisschen Nostalgisches. Ich glaube, einmal oder zweimal habe ich es gemacht in dem Jahr, weil ich was Spezielles gucken wollte. Ja, und natürlich traue ich auch ein bisschen so Titeln wie Hitman hinterher oder Skyrim VR, die wir halt nur auf der PlayStation VR 1 hatten, weil die einfach unfassbar tolle Spiele waren und es wirklich, wirklich schade ist, dass wir sowas auf der neuen Generation einfach nicht haben. Legends of, wie heißt denn der Keks? Wartet mal kurz, ich muss mal spicken. Wir haben ja tatsächlich letztens ein Spiel bekommen, hier, Legendary Tales. Und ich habe ja da reingeguckt und fand es eigentlich auch ganz interessant. Und ich muss jetzt tatsächlich beobachten, dass viele, viele Leute, die sich überwunden haben, diese 50 Euro auszugeben, was ja tatsächlich für VR-Verhältnisse ein teures Spiel ist, alle sehr begeistert sind, ja, also dass sie wirklich sagen, das hat super viel Spieltiefe, sie verbringen da echt viel Zeit drin und haben schon so und so viel 70 Stunden und es hat halt einen Koop, Leute. Also das gibt wunderschöne Titel auf der PlayStation VR 2 und jetzt sind wir beim Thema die PlayStation VR 2 und das Jahr, was passiert ist. So, hier sind wir angekommen. Laptop-Grafikkarten sind halt sehr abgespeckt, eine 40 Siebtel-Laptop wird so stark wie eine 4060. Ja, 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 aber unterm Strich, in einer Welt, wo nicht jeder bekloppt ist, sollte irgendein Gammelspiel mit einer Grafik von vor 10 Jahren, und ja, ich rede jetzt gerade von Tabor, auf einem scheiß Laptop eigentlich auch gut laufen. So, wir sind aber in einer Welt, wo das nicht so ist, wo die Leute, auch die Entwickler offensichtlich froh sind, dass sie diesen Kram überhaupt auf die Tasse bekommen und wo Optimierung und so unbekannt ist. Und warum weiß ich, dass das so ist? Naja, weil es ein paar Leute gibt, bei denen das nicht so ist, ja. Das Team zum Beispiel von Vertical Robot, ja, das sind nur zwei Leute, dazu kommen manchmal noch partiell zwei weitere Leute, die dann das 3D-Modeling machen und so, aber das eigentliche Team sind zwei Leute, ja. Das sind aber alte Industrie-Veteranen, die offensichtlich noch Dinge wissen. Und deswegen scheißen Vertical Robot halt mit Red Matter Spiele raus, die in jeder scheiß Hardware, angefangen mit der verfickten Billow-Quest, bis hin, genau, auf der Quest schon alles raus, auf der Quest 2 sah Red Matter einfach unglaublich aus, Red Matter 1 sah schon auf der Quest 1 unfassbar aus und so weiter, ja. Und auf der Pico holen sie dann noch mehr raus. Auf der Playstation VR machen sie ein Ding mit 120 FPS und höhere Auflösungen als die Playstation-Ingenieure eigentlich geplant haben, weil sie sich den Grafikteil einfach neu programmieren, ja. Diese Art von Programmieren, Leute, läuft da draußen rum und die anderen machen alle VR-Spieler. Und das ist manchmal einfach traurig. Ich komme aus einer Szene, wo nur solche Jungs unterwegs waren, ja. Nur Menschen, die fließend Assembler gesprochen haben und mit der Hardware von ihren alten Amigas und Ataris Sachen gemacht haben, die der Typ, der sich den Amiga und Atari ausgedacht hat, nicht für möglich gehalten hätte, ja. Und aus dieser Welt komme ich und bin jetzt in einer Welt, wo dieser Laptop, der von der Rechenleistung echt cool ist, mit einer RTX 280 und so, ja, auch wenn die dann nur so schnell ist wie eine RTX 260 und so weiter, wo der einfach einfache Spiele nicht richtig gut hinbekommt. Zumindest wenn man möchte, dass er dann auch noch nebenbei was streamt oder so. Okay, jetzt aber wieder zu Playstation VR 2. So, nochmal, hier in 1086. Gibt es bei der Kurzsichtigkeit und VR 2 irgendwas Bestimmtes zu beachten? Bekommen wir keine Schärfe in den Games? Das geht mir mal zum Optiker, obwohl ich gut sehen kann. Will die VR-Welt auch gerne erleben. In 10, du musst unter der Brille selbstverständlich deine normale Brille tragen. Also wenn man kurzsichtig ist, muss man unter der VR-Brille diese Kurzsichtigkeitskorrigierung auch machen. Entweder ihr tragt eure normale Brille, was langfristig aber keine gute Idee ist, oder ihr holt euch von mir in dutzenden Videos gezeigte und erklärte Einlegelinsen, ja, mit eurer Sehstärke. Das ist wichtig. Dann seht ihr auch in VR scharf. Bei der Playstation VR 2 ist es tatsächlich nochmal ein besonderes Kunststück, weil die durch ihre unfassbar fantastischen Fresnel-Linsen, die einen sehr kleinen sogenannten Sweetspot haben. Es gibt einen kleinen Bereich, in dem man wirklich perfekt scharf sieht. Und in dem sollte man drin sein. Wenn ihr in dem drin seid, ist alles gut, ja? Dann läuft's. So, aber in dem sollte man drin sein. So, und genau. Aber wenn du deine Brille unter der VR-Brille nicht anziehst, dann bist du auf jeden Fall unscharf. Ja, das solltest du tun. Laptop-Grafikkarten, also hatten wir schon, sind J ausgesprochen. Jmon? Ah, kein G. Und ja, Blumen für deine Lady ist eine gute Investition. Aber, pssst, wir verraten nichts. KitKat, dann verkauf die Quest 3, dann brauchst du dich nicht aufregen. Warte halt auf die PSVR-2-Version von Ghost of Tabor. Ja, nee. Genau dafür ist die Quest halt gut, weil man schon in Alphas gucken kann und so weiter. Ghost of Tabor ist nicht das einzige Spiel, was ich seit einem Jahr beobachte. Wir haben auch um Weihnachten rum schon ganz andere Gurken gespielt, die halt wirklich unfassbar beschissen sind von der Grafik, aber wo Spielprinzipien drin sind, die einfach genial sind. Und das möchte ich nicht verpassen. Ich möchte nicht hier sitzen mit einer PSVR-2 und warten, bis es dann endlich in einer konsumierbaren Version rauskommt. Ich habe schon Bock, so ein bisschen rumzuexperimentieren. Und da muss man ganz klar sagen, ist halt irgendwie so eine Quest oder so, die auch so ein App-Lab hat, wo wirklich voll halbgare Scheiße reinkommt. Das ist schon ganz cool. Und dann kann man auch mit Zeitquests irgendeinen Mist selber drauf bügeln und so. Wenn man ein bisschen komische Faxe machen will, dann ist sowas eigentlich mit einer Quest ziemlich prima. Oder halt theoretisch auch mit einer Pico schon besser möglich, aber diese ganzen, guck mal eine Alpha und Beta und Zeug-Versionen, das machen die Entwickler alle für Quest. und mit ein bisschen Glück noch für PC. Und das sind schon Sachen, auf die ich Bock habe. Auch wenn ich eigentlich sehr liebe, also wenn ich es dann benutze, VR, ein Spiel und streamen möchte, recorden möchte und so, dann liebe ich es natürlich alles auch komfortabel. Aber ich möchte auch weiterhin Zugriff haben auf solche Sachen, die erst in einem halben Jahr rauskommen und auf die ich einfach Bock habe, die ich mir dann schon mal angucken kann und so. Das ist schon ehrlich. Skyrim, VR ist cool. Ja, Carsten, sehr geil das Spiel. Ich habe bisher am meisten gespielt auf der PSVR 2. Sehr geil, das Spiel habe ich bisher. Welches denn jetzt gerade konkret? Skyrim. Ihr schreibt hier fürführende Sachen. Einer sagt Skyrim und der Nächste sagt, ja, das finde ich so geil auf der PSVR 2. Gibt es doch gar nicht. Wipeout war unfassbar. Ich auch. Spiele Legendary Tales am meisten bisher. Ah, Maren, cool. Und Emse Bremse sagt, Demo-Szene, ja genau, das meinte ich. Ja, Demo-Szene. Wir machen auch gerade wieder mit unserer alten Atari-Gruppe etwas für den Atari ST. Brille habe ich aufgehabt, aber ebenfalls keine Schärfe. Kontaktlinsen reingemacht, auch keine Schärfe. Mehrmals neu konfiguriert, mit fehlt dauernd die Schärfe. Bin überfragt. Guck dir doch mal spaßeshalber mein Plastischmeer 2 Video für Anfänger an. Also, es ist halt auch sehr wichtig, wie die auf dem Kopf sitzt. Das ist tatsächlich, finde ich, auch für Anfänger nicht besonders genial gemacht. Da Linsen reinzubauen, die wirklich perfekt vor den Augen sitzen müssen. Alles nicht so super perfekt, aber wenn man es möchte und gewillt ist. Und dann kommt der Punkt in Szene. Ja, dann kommt der Punkt. Natürlich hat man trotz alledem nur eine gewisse Schärfe. Und die variiert auch von Spiel zu Spiel. Ja, es gibt Spiele, die holen da alles raus. Wenn du Red Matter 2 einschaltest auf der PlayStation VR, kneifst du die Augen zusammen, weil du denkst, du schneidest dich sonst zu scharf, ist das? Und wenn du so ein Bummel-Mobile-Port, wie zum Beispiel, wie heißt denn das Ding? Dieser Shooter, der letztens rauskam. Fuck ey, Leute. Mein Namensgedächtnis ist echt das schlechteste. Breachers. Richtig schöner Shooter, aber es sieht auf der PlayStation VR 2 unscharf aus. Und das liegt nicht an der Hardware, das liegt nicht an deinen Augen, das liegt einfach daran, dass die Entwickler keine besonders hohe Auflösung gemacht haben, weil sie es nicht hingekriegt haben. Warum auch immer. So, das kommt auch noch dazu. Das ist leider blöd. Also im Idealfall testest du deine Bildschärfe mal an einem der Titel, die wirklich knallscharf sind. Wie zum Beispiel Red Matter 2 oder auch als ob mir jemals irgendeinen Titel einfallen würde. Ey, das ist ja absurd. Nimm einfach Red Matter 2. Das ist sowieso das geilste Spiel ever und so weiter. Also, wenn man diese Art von Spiele mag. Ich auch. Versus die Weinsprache. Du brauchst wieder Nostalgie, Whisky. Haha. Werfst... What the fuck? Brille habe ich auch gehabt, hat aufgehabt. Was ist mit YouTube VR eigentlich los? Haben Sony und YouTube sich gebieft? Paolo, Paolo, ey, wenn wir das wüssten. Wenn wir irgendwann mal irgendwas wüssten, was bei Sony los ist, dann wäre die ganze Welt vielleicht ein bisschen transparenter. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass die sich gebieft haben, aber... Keine Ahnung. Es ist halt allen Leuten, die Entscheidungen treffen offensichtlich, egal, ob die YouTube-Version der PlayStation 5 VR kann. Keine Ahnung. Also, ich erst verkürzt in meinem PSVR 2 entstaubt den Bock auf mehr VR und mir die Quest 3 geholt. Bin begeistert. Am PC habe ich eine 3050. Ach, du Scheiße. Mein erster Game After the Fall. In meiner 3050 wurde ich am PC, glaube ich, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Star Wars Tales. Star Wars Tales from the Galaxy Edge ist ein super cooles Spiel, aber nicht das schärfste auf der PlayStation 2. Es gab diesen Survival-Titel noch. Ah, ich habe vergessen, wie der heißt. Song of the Smoke? Song in the Smoke oder sowas? Der zum Beispiel ist auch richtig krass scharf und bestimmt noch ein Dutzend Titel so. Aber der maximal schärfste Titel überhaupt auf der ganzen Welt ist halt Red Matter 2. Schärfer geht es nicht. Also, wenn du den absoluten Test haben willst, irgendwie, wie deine Einstellungen sind, dann musst du im Prinzip Red Matter 2 anwerfen und dann an deinen Augen unter Brille drehen. Und wenn dann noch nicht scharf ist, dann ist es, dann ist nichts niemals scharf für dich auf der PSVR 2. Ja, weil, genau, dann kommt noch der letzte Faktor. Wenn wir hier rumlaufen, wir komischen VR-Heinitz und sagen, das ist scharf, das ist scharf und das ist scharf, dann bedeutet das noch nicht, dass es in der realen Welt für normalen Menschen auch scharf ist. Das ist auch noch leider ein Fakt, den man irgendwie ein bisschen dazu sagen muss, aber schwierig. So, Signs and Sinners. Signs and Sinners sieht auch sehr, sehr gut aus. Aber wie gesagt, diese Restschärfe, die ein Red Matter 2 und zum Beispiel die Song of the Smoke haben und so, würde es sich trotzdem lohnen, Breachers auf der PSVR 2 zu holen. Es ist ein fantastisches Spiel, wenn man so tactical Multiplayer-Shooter mag, ist es super. Aber es ist halt echt unscharf. Und ich weiß nicht, ob sie es jemals verbessern werden. Es ist jetzt innerhalb, es kam ja Ende des Jahres oder Anfang des Jahres raus, innerhalb von zwei, drei Monaten, haben sie nichts mehr an der Bildschärfe gemacht. Dann denke ich, wird es auch nicht passieren. Ich wüsste nicht, wie durch ein Wunder sie plötzlich da noch was rausfinden. Tatsächlich ist das nämlich mit der Unity Engine gemacht und da scheint es irgendwie Bremsen zu geben. I don't know. Arm Superdexter. So, hat er jetzt GT7 und Horizon reingeworfen. Die sind ja schon Vorreiter, kann die Linse defekt sein. GT7 und Horizon sind okay von der Schärfe her, aber nicht Vorreiter. Nee. Nee. Die sind im guten oberen Durchschnitt, aber auf keinen Fall Maximum. Gerade, weil die beide die Frame-Verdopplung benutzen, kommt da halt auch noch das zu, dass die Bildschärfe sich anders anfühlt, sobald du anfängst, dich zu bewegen. Dann fühlt es sich auf jeden Fall noch unschärfer an. Das ist ein bisschen kompliziert. Deswegen, nee. Die sind nicht vorzeigemäßig, um das Maximum rauszuholen. Let's Play and Streams. Es wird bestimmt besser. Lohnt sich auf jeden Fall. Mit einer 30,50 kann es garantiert nicht mehr rausholen, als auch eine... Nee. Nee. Mit einer 30,50... Schwierig. Also, ich würde es halt keinem raten. Ich versuche es hier mit einer 30... Entschuldigung, mit einer 20,80. Aber das würde ich auch niemandem empfehlen. Das bedeutet immer, man muss sich darüber bewusst sein, dass man die Spiele nicht voll ausfahren kann. Wie gesagt, bei Tabor, was wirklich jämmerlich aussieht von der Grafik her, laufe ich mit 80 Frames und gerade so native Auflösung der Brille. Ich glaube, ja gut zum Kosten, die 4,60 auch nur noch 3,50. Ja, also bei der Grafikkarte beim PC lohnt es sich echt nicht zu sparen. Da hängt... Da dran hängt dann direkt euer Spielspaß. Synapse ist okay von der Schärfe. Genau, Synapse ist auch so auf einem Level mit Horizon und so, aber auch nicht Maximum. Und auch Synapse hat... Frame-Wiederholung gilt dasselbe. Siehst du noch eine Chance für Star Wars 4 und für PlayStation 2? Nein, auf keinen Fall. Sehe ich überhaupt keine Chance. Und zwar, weil in dem Fall ja damals schon bei Release das Team gesagt hat, wir sind jetzt fertig mit der Entwicklung, wir kümmern uns jetzt demnächst um andere Sachen, da wird nichts mehr an DLC kommen etc. Die haben dann noch Bugfixes und sowas gemacht und dann waren die aber fertig mit dem Ding. Also da gibt es, glaube ich, noch nicht mal, wenn jemand wollte, ein Team, irgendwas, was die Umsetzung machen würde. Also Star Wars Quartons für PlayStation 2 sehe ich leider überhaupt nicht. Hey Mo, hoffe es geht dir gut und deiner Frau. René, ja, ja. So Kinder, jetzt nehme ich mich mal hier aus dem Bild, wartet, 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 und wir gucken uns mal an, Sony hat nämlich irgendwie wieder einen neuen Trailer gebastelt, den wollte ich mir mal mit euch zusammen angucken. Und dann mache ich auch noch ein bisschen Tone. Ich habe meinen Felgen noch. Emse Bremse. Mein Original von damals. 94 oder so. Ich weiß nicht mehr, wann ich den gekauft habe. So, das war ein Trailer, den PlayStation vor zwei Wochen gedroppt hat. Und jetzt vielleicht mal ein paar Gedanken von mir zum Jahr, was gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es war ja wirklich ein Zittern und Bangen damals, ob PlayStation überhaupt weitermacht mit der PSVR 2. Zeitlang sah es nicht so aus. Und als dann klar war, dass es passiert, ist mir echt ein Stein vom Herzen gefallen. Ich war richtig glücklich, weil ich das nicht erwartet habe, weil klar war, dass bei ca. 5, 6 Millionen verkauften PlayStation VR 1 Sony halt keinen großen Reibach macht oder so. Das Thema war einfach nicht so durchgestartet ab 2016, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann fand ich das ziemlich interessant, dass sie gesagt haben, wir machen trotzdem eine PlayStation VR 2. Und in meinem jugendlichen Leichtsinn, wie viele von uns vielleicht, habe ich dann angefangen, mir natürlich auch auszumalen, was dann passieren wird. Auf der PSVR 1 hatten wir nämlich viele VR-Spiele, nicht viele tolle VR-Spiele, die es auf dem PC gab und so, die bombastischer waren, weil die einfach nicht leistungsfähig genug waren. Und zu der Zeit, so 2017, 18, 19, war für mich tatsächlich so ein Boom-Zeit von VR. Da kam super viel raus und wirklich krasse Spiele für die PlayStation VR 1 und so weiter. Und die einzige Bremse war da sozusagen immer die Performance. Also bei einigen Sachen war mir klar, ja okay, das geht jetzt technisch nicht mehr auf der PSVR 1, Entschuldigung, und deswegen haben sie es nicht gemacht. Also war der Traum, wenn die PSVR 2 kommt mit einer PS5 dran, boah, dann wird es besser. Dann kann man ganz viele Spiele vom PC auch auf der PSVR 2 spielen und so weiter und so weiter. Der Witz ist, ich glaube, das war alles so 2020 oder so, als das Thema dann so aktuell war. Und der Witz ist, dass sich inzwischen aber der komplette Markt geändert hat. Das, was damals so noch das Niveau von Spielen war, hat sich einfach verändert. Das klassische Niveau eines VR-Spieles sind jetzt halt Quest-Spiele. Und das ist eine Riesenveränderung. Und eine Geschichte, die ich mir damals nicht vorgestellt habe, wenn die PSVR 2 rauskommt, dass tatsächlich ein gewisser Anteil der Spiele, die dafür erscheinen werden, Ports sind von Quest-Spielen. Also mit überschaubarer Mobile-Grafik und natürlich auch überschaubarer Spieltiefe und so weiter. Tatsächlich wisst ihr, dass einige von diesen Titeln meine Lieblingsspiele sind. Und ich deswegen nicht sage, dass das einfach schlecht ist. Aber natürlich hat jeder von uns erwartet, dass jetzt auf einer leistungsfähigen Hardware die Spiele auch komplexer werden, besser werden und so weiter. Und soll ich euch was verraten? Das tun sie auch. In bestimmten Sachen. Andererseits aber nicht. Die wirklich guten Titel, die ich jetzt auf der Playstation 2 gespielt habe, wie zum Beispiel Saints & Sinners, sowas habe ich schon 2020 auf einer PSVR 1 gespielt. Und klar ist es jetzt ein bisschen schärfer. Und ja, haben wir jetzt endlich Analog-Sticks oder so. Aber die Spiele sind gleich geblieben. Die sind alle so auf dem Niveau geblieben. Das sind schon die guten, größeren, komplexeren Titel. So, und dann gibt es natürlich noch die Ausnahmen. Wir hatten jetzt innerhalb von dem einen Jahr, dass die Playstation 2 existierte, eine ganze Handvoll Triple-A-Titel. Die beiden Resis, Resi 8, Resi 4. No Man's Sky würde ich auch einfach mal locker dazuzählen, dann Gran Turismo und natürlich das exklusive Horizon und noch eine ganze Handvoll Titel, die gleich danach kommen. Also für mich ist zum Beispiel tatsächlich auch Star Wars Tales from the Galaxy's Edge schon inhaltlich Double-A, grafisch auf der Playstation Triple-A. Und genau, und dann hat man noch eine ganze Reihe von guten Double-A-Titeln und so weiter und so weiter. Und wir haben halt ein bisschen, ne, und wir haben auch Quest-Ports. Und da ist auch ein Punkt, wo sehr viel gejammert wird, wo die Leute sagen, ja, nee, dafür habe ich mir noch keine 600-Olle-Brille gekauft. Ja, aber das ist jetzt die VR-Welt, in der wir leben. Du kannst dir dafür auch eine 700-Euro-Original-Quest kaufen und dann kannst du auch diese Spiele nur spielen. Auch für die gibt es halt keine größeren, besseren Spiele. Auch wieder mit Ausnahmen, ja, tatsächlich nach vier Jahren Quest, seit 2019, nach fünf Jahren Quest, gab es jetzt tatsächlich für die Quest 2, bei Release der Quest 3, dann auch mal zwei verhältnismäßige Triple-A-Titeln mit Assassin's Creed und Assassin's Creed 2. Ja, das sind wirklich große, komplexere Spiele. Was mich daran ein bisschen irritiert ist, wie ihr das schon raushört, wir hatten innerhalb von einem Jahr auf der PlayStation VR 2 mehr von diesen großen Titeln als auf zum Beispiel der Quest-Plattform innerhalb von fünf Jahren. Und dann haben wir die Spiele, die auf Quest rauskommen und dann halt noch so ein paar Spiele, die auch PlayStation-exklusiv sind, aber keine Riesendinger. Ja, sowas wie Sign-Apps oder so eine Geschichten, die wirklich interessant sind, aber auch keine Riesenspiele oder so. Ja, das ist der Markt. Innerhalb dieses Jahres sind circa 200 Spiele für die PlayStation VR 2 rausgekommen, was ich eigentlich echt bemerkenswert finde. So, jetzt haben wir aber sehr viel Stimmung, wo die Leute immer sagen, es gibt keine Spiele. Es gibt keine Spiele. So, das haben wir auch schon für die PlayStation VR 1 gehabt. Für die PlayStation VR 1 kam übrigens innerhalb der sechs Lebensjahre, die existierte, 500 Spiele raus. Und ich will das jetzt auch nicht schönreden, dass wir diese ganze Library von 500 Spielen nicht benutzen können auf der PlayStation VR 2. Ob man das will oder nicht, sei nochmal dahingestellt, aber da waren gute Spiele dabei und ja, die vermisse ich. Und es wäre natürlich für das Gesamtportfolio des Systems auch interessant gewesen, die in der abgegradeten Version alle zu haben. Tatsächlich. Ja, auch ein Wipeout oder so würde ich mit ein bisschen schärferer Grafik immer noch gerne spielen, weil das einfach bombastisch aussah. Und gerade auf dem Niveau, was wir mittlerweile in VR haben, aka Quest-Spiele, sieht ein Wipeout von der PS VR 1 immer noch brillant aus. Und in dieser Welt leben wir jetzt. So, und wie gesagt, ich höre viele Leute, die sagen so, es gibt ja keine Spiele. Die gab es auch schon auf der PlayStation VR 1. Da gab es wirklich viele, viele Menschen, die haben sich Resident Evil 7 gekauft und dann gewartet, bis das nächste AAA-Spiel rauskommt, das sie kennen. Kam es nie. Es kam nie. Irgendwann nach 4, 5 Jahren an My Hitman oder so. Aber es kamen halt viele fantastische VR-Spiele raus. Nur die waren für die Leute unsichtbar. So, jetzt haben wir aber eine andere History. Wir haben nicht mehr 2017 und es gibt nur PC und PlayStation VR 1, sondern es gibt jetzt Quest und PC und da und hast du nicht gesehen. Und viele Spiele, die auf der PS VR 2 erscheinen, gab es schon vorher zum Beispiel auf der Quest oder auf dem PC. Und es gibt auch viele Leute, die diese ganzen Geräte schon haben und für die diese Spiele deswegen nicht existent sind, weil sie die ja schon auf anderen Systemen hatten. Es ist ein bisschen kompliziert. So, aber für jemanden, der einfach nur eine PlayStation VR 2 hat, würde ich mich eigentlich sehr, sehr wundern, wenn der in die 200-Spiele-Library guckt und für den wirklich nichts dabei ist. Kann aber passieren. Was definitiv nicht passiert ist, mit dem ich zum Beispiel fest gerechnet hatte, weil wir ja damals auch so ein sehr glaubwürdiges Gerücht, also zusammen mit vielen anderen Gerüchten über die Hardware der PlayStation VR 2, gab es das Gerücht von den Hybrid-Spielen. Ihr erinnert euch. Und ich fand es auch natürlich unfassbar plausibel, dass nämlich Sony sämtliche Entwickler von AAA-Games und so dazu bringen wird, auch einen VR-Modus in ihre Spiele reinzubauen. So, funktioniert hat es offensichtlich, und jetzt kommt es, unter anderem bei Capcom. Da haben wir das Glück, dass richtige AAA-Games einen VR-Modus bekommen. Funktioniert hat es bei vielen Spielen, die ihr gar nicht bemerkt habt. Ich hatte schon mal eine extra Sendung darüber gemacht, so Geschichten wie Demio oder so. Das ist ein Spiel, das läuft am Monitor und in VR. Ist aber original ein VR-Spiel. Und, keine Ahnung, die ganzen Tetris-Effekte und so, das sind im Prinzip alles Hybrid-Titel. Und auch unter den neuer erschienenen Titeln wie Forkland oder so, das ist ein Hybrid-Titel, der ist für Bildschirm und VR. Ist natürlich ein Scheiß-Spiel, deswegen ist es nicht so lustig, aber es passiert. Nur auf keinen Fall in dem Maß, in dem ich das zum Beispiel erwartet habe, dass wir wirklich plötzlich, was ja auch ein No-Brainer ist. Jedes verdammte Autorennspiel oder so, sollte einfach einen VR-Modus haben und es passiert nichts. Zumindest nicht in diesem ersten Jahr. Versteht mich nicht falsch, mit dem Line-Up, das die Playstation als VR-Plattform hatte, bin ich sehr zufrieden. Ich finde das ziemlich gut. Auch ich habe allerdings von den Spielen, die erschienen sind, schon viele vorher gespielt und auch mir fehlen immer noch ein paar Spiele, die ich gerne spielen würde auf der Playstation VR 2, wie zum Beispiel In Death Unchange oder ganz simpel Windlands 2 ist immer noch nicht erschienen für PSVR 2 oder ist das erschienen? Habe ich das verpasst? Scheiße. Kann mir mal einer helfen? Das ist mittlerweile für so viele Plattformen rausgekommen und das ist für mich so der Zustand. Also eigentlich bin ich mit der Software zufrieden. Da kann man nicht meckern. Auch für eine Pico, die irgendwie drei, vier Monate vorher rausgekommen ist, die hat auch keine bemerkenswert größere Library an der Zeit gehabt und schon gar nicht halt irgendwelche bemerkenswerten Exclusives wie die Playstation VR 2. So. Das ist der Zustand. Und jetzt haben wir aber auch ein echtes Problem, denn mittlerweile geht es auch der ganzen Game-Industrie vollkommen scheiße. Die sind seit irgendwie Corona, ich glaube bei Corona hatte die ganze Industrie einen Aufschwung, weil die Leute einfach Entertainment brauchten und so weiter und andere Geschichten einfach nicht mehr stattfinden. Und jetzt gibt es eine krasse Krise. Die komplette Game-Industrie, ich bin da auch nicht so drin, um ehrlich zu sein. Ich informiere mich nicht, aber ich kriege sehr viel mit, weil zum Beispiel der Horst in unserem Discord da sehr viel postet und die ganze, also wir haben ja alle beobachtet, wie zum Beispiel Microsoft durch die Gegend gegangen ist und sämtliche Studios geshoppt hat. Die haben gekauft, gekauft, gekauft. Eigentlich die Hälfte aller nennenswerten Triple-A-Studios haben die sich eingekauft. Sony hat ein bisschen sowas auch gemacht. Ich glaube, die haben zum Beispiel Bungie gekauft und so eine Geschichten und auch ein paar Sachen und das Ergebnis ist jetzt aber, dass wir eine extreme Krise haben in der Game-Industrie. Das hat noch nicht mal was mit VR zu tun und überall werden Stellen abgebaut, überall gespart und das ist echt ein großes Problem, denn es gibt eine Sparte in der Game-Industrie, die sowieso eigentlich nur läuft, wenn Leute da sich für engagieren. Was ihr offensichtlich gemerkt habt, immer wenn sowas passiert wie Star Wars Squadrons oder so, dann sind wir alle super erstaunt, dass sich wirklich Elektronik-Arts hingesetzt hat und ein Entwickler macht VR-Support in die Spielereien und so. Das ist halt selten, weil es sich eigentlich für niemanden lohnt. Die paar Leute, die das mehr nutzen, sind für die grundsätzlichen Verkaufszahlen, dann nicht besonders relevant halt. Also der Aufwand nutzen ist einfach keine sichere Rechnung bei solchen Geschichten. Und das ist das Problem, was VR an sich gerade hat. Das betrifft noch nicht mal Single die Playstation VR, sondern VR im Allgemeinen. Das ist jetzt zum Beispiel bei Facebook oder so noch nicht so angekommen. Da scheint alles wie immer zu sein, weil Facebook halt kein klassisches Gaming betreibt und in der Ecke noch nicht sparen muss. Die haben aber auch schon Sparmaßnahmen und Entlassungen gehabt, aber das hat sich bisher noch nicht so ausgewirkt. Ich glaube, die ganzen kleinen Indie-Entwickler, die ja sozusagen die Masse der Spiele-Lieferanten für VR sind, die haben auch noch nicht so ein großes Problem. Aber diese ganzen Riesen-Studios, wo irgendwie hunderte von Menschen irgendwie nach einem fertigen Projekt drumrum sitzen und sich fragen, wie es weitergeht und so, die haben halt große Probleme. Die müssen einsparen, die müssen an allen Ecken knapsen und da sehe ich momentan auch ein kleines Problem für unsere liebe VR-Geschichte, denn auch Sony hat jetzt angefangen und also bei Microsoft ging das auch schon seit ein paar Monaten, dass tatsächlich die ganzen großen Studios, die sie gekauft haben, dann später Entlassungen hatten, weil da gespart werden muss. Und bei Sony ist es jetzt auch soweit. Bei Sony geht durch die komplette Bank all ihrer Studios haben die insgesamt 900 Menschen entlassen. Das ist schon ganz schön viel. Zum Beispiel auch bei FireSprite. FireSprite ist ja eigentlich auch einer der aufgekauften Entwickler, war ein externes Team. Die hatten seinerzeit The Persistence gemacht, fantastischer Hybrid-Titel, by the way, Flat und VR und haben auch an Horizon Call of the Mountain mitgearbeitet für Guerrilla. Da zum Beispiel gab es jetzt viele Entlassungen. FireSprite hat aber auch ein komisches Portfolio. Die haben irgendwie, also das Letzte, was ich von denen wusste, ist, dass sie vier Spiele gleichzeitig gemacht haben, was ich auch immer komisch fand. So groß ist das Team da, nie gewesen. So, was interessant ist, dass sogar klassische Studios wie Studio London, die eigentlich zu PlayStation VR 1 Zeiten extrem mitgespielt haben. Von denen hatten wir ja diese, wie hieß es denn jetzt eigentlich damals, VR Play, diese Spielesammlung, aus der dann später tatsächlich Blood and True geworden ist und so weiter. Also wirklich absolutes Vorzeigematerial und Kerntechnologie für die PlayStation VR 1 kam von Studio London auch. Und Studio London ist jetzt dicht gemacht. Tatsächlich, komplett weg. So, ist aber vollkommen normal. Also Sony macht sowas ständig in gewissen Abständen. Ich weiß leider nicht mehr, wie die Studio alle hießen, aber auch Studio Liverpool, was früher mal Weißdergeier war, auch ein ganz großes Studio, haben sie auch irgendwann dicht gemacht, bla bla bla. Im Fall von Studio London ist es nicht so schlimm für uns VR Menschen, weil die haben jetzt eh seit drei Jahren an irgendeinem Fantasy-Multiplayer- Game-as-a-Service-Ding gearbeitet und offensichtlich ist da nichts Geiles bei rausgekommen. Also hat jemand da einen Stecker gezogen. Aber nichtsdestotrotz hat die Industrie ein Problem und da passieren gerade Entlassungen etc. Und Sony hat ja auch gesagt, dass sie vor 2025 keine ihrer großen IPs mehr rausbringen. Es wird kein Spider-Man und God of War und Last of Us 3 und dieses ganze Zeug kommt 2024 nicht. Da kommt nichts, 100% gar nichts. Das ist auch seit langer, langer Zeit, seit ich mich mit Playstation beschäftige, irgendwie seit Playstation 3 oder so, ist das das erste Mal, dass ich sowas erlebe, dass nicht jedes Jahr diese ganz riesigen Marken rauskommen. Super, super krass. Und um es nochmal zusammenzufassen, also um die Playstation VR 2 habe ich mir bisher eigentlich keine Sorgen gemacht um das Gerät an sich und den Software-Nachschub und so. Aber die ganze Industrie ist gerade im Arsch und in dem Kontext habe ich mir immer noch keine Sorgen gemacht. Aber es ist glaube ich nachvollziehbar, dass wenn gespart wird, natürlich an den Ecken gespart wird, wo nicht direkt viel Cash gemacht werden kann. Und das ist VR. Und das ist leider jetzt nach einem Jahr der Zustand der ganzen Welt. Da kann die Playstation nichts dafür, dass sie jetzt ein Jahr alt ist, sondern das ist leider gerade der Gesamtzustand und ich frage mich ja und das ist die Frage, weil mich fragen jetzt auch Leute, ey mach es dir Sorgen und so. Und bisher habe ich gesagt so ja auf jeden Fall, ich mache mir sowieso immer Sorgen. Das liegt aber schlicht daran, dass ich halt VR liebe und VR in den ganzen acht Jahren, die es jetzt existiert, das ist so, ja, nie so groß geworden ist, wie ich mir eigentlich gehofft habe. also es ist nie passiert, dass diese 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 dieser dieser Tanz auf der Messerschneide, den wir die ganze Zeit erlebt haben, ja, wird es jetzt Massenmarkt oder nicht. Der ist nicht fertig und der wurde jetzt aber reingetanzt in die übelste Situation für ihn, ja, denn wie gesagt, so eine Hobby-Sperenzien wie VR können sich jetzt einige Firmen, auch wenn sie es vorher wollten, nicht mehr leisten. Ich mache mir vielleicht keine Studi- ne, doch, auch das gehört dazu. Auch Studios wie Vertigo oder so, die wir kennen, die regelmäßig gute Vorherspiele machen, die gehören ja mittlerweile zu auch größeren Publishern, wie zum Beispiel Play One, ja, und auch da kann es sein, dass die irgendwann anfangen zu sparen und so, wir wissen es alle nicht. So, und das ist tatsächlich jetzt die Situation und es hilft natürlich in dem Moment gar nicht, dass die ganze Informationspolitik von Sony schon seit zwei, drei Jahren sich sehr verengt hat. Geschichten, die damals rausgekommen sind, also Hitman weiß ich, oder sagen wir mal 2020 mit Star Wars Squadrons, das war zum Beispiel das letzte große Spiel, von dem ich noch fand, dass es eine richtige langfristige Ankündigung hatte, also das letzte große Spiel mit VR-Inhalt natürlich, also da glaube ich haben wir im Sommer von gehört, ich weiß noch, ich war im Urlaub tatsächlich im Sommer und fand es total geil, dass das kommen wird und das kam dann irgendwie Ende des Jahres, so weiß ich noch, also da hatten wir mehrere Monate Zeit von Ankündigung, bis das Spiel rauskam und diese Timeframes wurden immer kürzer, bei Hitman zum Beispiel, als das rauskam, war ich sehr überrascht, da hatten wir, ich glaube, zwei Monate, ne anderthalb Monate vorher gehört und dann war es einfach da oder auch Titel, die ich besonders bemerkenswert fand, wie Doom 3 VR auf der Playstation 1, da war wirklich, da haben sie gesagt, guck mal, das kommt raus und dann kam es zwei Wochen später raus, die haben nicht darüber geredet, was sie alles in der Pipeline haben und ich habe immer erwartet, kommt jetzt nichts mehr zum Ende der Playstation 1 und da kam noch ganz schön viel und deswegen ist es aber so kompliziert, ich glaube, wir alle haben erwartet, dass Sony jetzt zum Geburtstag ein bisschen die Trommel rührt und mal sagt so, hey, schaut mal hier, das ist schon der Trailer vom nächsten Astro Bot, das kommt irgendwie in einem Jahr oder so oder keine Ahnung oder sie mal ihren fetten Arsch bewegen und wie Capcom für irgendeines ihrer scheiß IPs auch im VR-Modus reinpacken, Last of Us oder so, warum nicht? Wir wissen ja, dass es möglich ist, man nimmt sich ein Team aus irgendwie zehn Leuten und lässt die da ein Jahr drauf rumhämmern und dann hat auch ein Last of Us einen VR-Modus. Wenn Capcom das kann, warum Sony nicht? So, das war bisher meine Meinung zu dem ganzen Thema, die hat sich aber geändert. Ich habe schon, als wir in den letzten Monaten so auch bei den alternativen Realitäten gesprochen haben und immer wieder die Frage kommt, warum macht dann der und der nicht das und das? Dann wäre doch VR so geil. Warum haut Sony nicht die fetten Titel raus? Und da hatte ich eigentlich schon, bevor diese ganzen Krisennachrichten kamen, gesagt, ich glaube, die können das nicht. Ich glaube, die tun jetzt schon alles, was sie können. Wir kriegen jetzt irgendwelche Quest-Ports und das ist schon alles, was möglich ist auf dem VR-Markt. Alles andere wäre für jeden Geschäftsmann Overkill. und ich fürchte, ein bisschen hat sich jetzt durch die aktuellen Veröffentlichungen der Krisen das auch bestätigt und deswegen, wie jetzt die Zukunft zum Beispiel, also wie das nächste Jahr der PlayStation 2 aussieht, ich habe keine Ahnung, Leute. Es ist diesmal nicht klar, dass noch das nächste Resident Evil ist noch nicht angekündigt, also es gibt noch gar kein Resident Evil angekündigt, aber Capcom hat schon gesagt, dass sie auch weiter Remakes machen und so, also da wird eins kommen und ich habe da zum Beispiel, hätte ich vor einem Monat, wenn ihr mich gefragt habt, hätte ich noch gesagt, das bekommt Save auch einen VR-Modus, auf jeden Fall. Jetzt weiß ich zum Beispiel nicht mehr, weil auch zehn Leute, die ein Jahr arbeiten, das sind auf jeden Fall, wartet mal, nehmen wir an, eine Person kriegt irgendwie, wenn man wirklich optimistisch ist, 50.000 Euro im Jahr, dann sind zehn Leute, dann sind das aber, ich kann es nicht ausrechnen, rechnen wir mal mit 100.000 im Jahr, 100.000, dann sind das halt, dann kostet das eine Million, um VR-Port zu machen, ja, habe ich das richtig ausgerechnet? Zehn Leute mal 100.000? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Und, ja, und irgendjemand sagt dann, ey, aber diese Million haben wir jetzt echt nicht mehr, das geht jetzt auch nicht. Wir müssen uns überraschen lassen, das hilft halt nicht. Es sind noch ein paar nette Titel, auf jeden Fall, von denen wir wissen, in Arbeit, ja, die sind aber alle von irgendwelchen, murksigen Indies. Eine große Hoffnung, die ich noch habe, und ein Spiel, auf das ich mich sehr freue, ist Behemoth. Das ist aber schon explizit, für, für, Weihnachten 24 angekündigt, also da müssen wir auf jeden Fall noch warten. Ich hoffe, dass zum Beispiel, Contractor's Showdown auf der Playstation VR 2 kommt, das wäre ein Riesending. Ich hoffe, dass Tabor bald für die Playstation VR 2 kommt, das sind natürlich jetzt auch Spiele, die mich persönlich sehr interessieren, und alles darüber hinweg, weiß ich einfach nicht. Wenn man sich die Liste von Releases anguckt, die überhaupt alle bekannt sind, also gerade hier Upload VR und so, die machen ja immer so Listen. Wenn man sich anguckt, was überhaupt für VR so generell in diesem Jahr angekündigt ist, ist es halt auch durchwachsen. Ja, Arken Age könnte noch ein Titel sein, der interessant wird. Hier übrigens, Straight VR ist einer der Titel, den ich schon um Weihnachten rum in der Alpha gespielt habe. den würden sich 95% der Leute von euch nicht mit dem Arsch angucken, ich schwöre es euch. Und wir haben dann den Spaß unseres Lebens gehabt. Ja, wenn ihr euch diesen Listen mal hier anguckt, da sind so ein paar nette Highlights noch drin, aber brat mir einen Storch. Ich habe schon 2023 gesagt, ich fand das als VR-Jahr nicht besonders bemerkenswert, obwohl da das Jahr auch der Playstation VR 2 war und so. Aber allgemein im Verhältnis zu alten Jahren 2019, 2018 oder so, ist die gesamte Qualität und Quantität der VR-Releases geringer geworden. Das kann man fündig nicht wegdiskutieren. Aber das ist halt der Markt, wie er ist. Das ist der Zustand, von dem ich weiß. Was ich manchmal nicht verstehe, ist, dass Leute sagen, auf der Playstation VR 2 kommen zu wenig Spiele, deswegen habe ich mir jetzt eine Quest geholt. Weil diese Spiele, die ihr als zu wenig empfindet, das sind die Sachen, die auf Quest released auch werden. Also die auch auf Quest released werden. Ja, manchmal irgendwie ein paar Monate früher, dann kommt sie später auf die Playstation VR oder so weiter. Und dass Leute sagen, hier kommen ja gar keine riesigen AAA-Konsolenspiele, also kaufe ich mir eine Quest. verstehe ich auch nicht. Tatsächlich kostet die eigentlich fast genauso viel wie eine Playstation VR A2. Und da gibt es halt auf jeden Fall keine großen Titel. Auch hier wieder mit wenigen Ausnahmen. Konkret drei fallen mir ein. Mehr weiß ich nicht. Aber ich glaube grundsätzlich, wenn man sich mal drauf geeinigt hat, dass VR jetzt so ist, wie es jetzt ist und damit arrangiert hat, ist es zwar trotzdem sehr schade, dass aus irgendeinem magischen Grund, dass wir nicht auf der Playstation 5 jedes Spiel mit einem VR-Port bekommen. Aber das ist halt jetzt einfach so. Und mehr weiß ich darüber auch nicht. So. Es würde mich nicht wundern, wenn aus irgendeinem Grund vielleicht alle Entwickler ein Jahr brauchten, um sich da reinzuarbeiten und plötzlich poppen jeden Monat irgendwie AAA-Spiele mit VR-Modus aus, würde ich sagen, naja, siehste, klappt doch. Wenn das nie wieder passiert, würde ich sagen, ja, kein Wunder, Industrie ist tot. Ich kann es nicht sagen, Leute. Ich kann euch nichts dazu sagen. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass ich hier bin, dass ich VR spielen werde, dass ich versuchen werde, euch über alles, was ich weiterhin interessant finde, zu berichten und dass meine Kernliebe natürlich die Playstation 2 gilt. Auch wenn ich momentan wirklich sehr viel fremdgege wie ein paar wegen Tabor. Aber das ist eigentlich der Zustand so. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe ja Umfragen gemacht und da haben viele von euch geschrieben, oder sagen wir mal so, die haben nicht geschrieben, sondern in den Umfragen lese ich so ein bisschen meine Gedanken aber auch mit raus. Also, als ich gefragt habe, ach so, genau, das Irritiersteste, was jetzt aber noch dazu kam, bei dem Geburtstag hat Sony halt nicht gesagt, guck mal hier, wir arbeiten an Astrobot und da kommt voll Zeug und so, sondern sie haben halt ein paar okayische Titel angekündigt und unter anderem dann auch in so einem Nebensatz geschrieben, so ey, und übrigens, wir arbeiten gerade, wir probieren gerade an einer PC-Anbindung. Und so spätestens das war der Moment, wo ich gedacht habe, in welcher Welt macht das Sinn? Sind da nicht alle Playstation 2 Leute eher irritiert und verunsichert und alle PC-Leute desinteressiert und ich verstehe es nicht? Und die Umfragen dazu spiegeln das auch ein bisschen wieder, ja, also die erste Umfrage, die ich gemacht habe, war ja so, würdet ihr euch dafür einen PC kaufen? Und da haben sieben Prozent gesagt, ja, mache ich. 43 Prozent haben gesagt, den habe ich eh hier rumstehen, wobei die sich wahrscheinlich wundern würden, weil ein PC, der für PC-Gaming gut ist, das ist noch lange kein PC, der für VR-Gaming gut ist, anyway, und 50 Prozent der Leute hier in der Umfrage haben aber gesagt, das ist mir vollkommen egal. Und dann hatte ich ja nochmal spezifiziert, weil, wie gesagt, als ich das gelesen habe, dass die Playstation irgendwie dann tüftelt, die PC-Steam-VR-Library zugänglich zu machen, wie auch immer das passiert, war bei mir auch einer der ersten Gedanken so, Alter, was soll das, wie soll das gehen, also, und warum und alles komisch, ja, denn das Letzte, was wir eigentlich brauchen auf der Plattform, sind weitere scheißegal, technisch belanglose Scheißtitel, ja, das ist tatsächlich, finde ich, das Letzte, was wir brauchen. Dafür hat man ja die Quest. Und bei dieser Umfrage haben immer noch geschrieben, also da hatte ich ja geschrieben, so, wie fühlt ihr euch dabei bei der Umfrage, bei der Info, dass Playstation halt Anbindung an den PC kriegen wird und da haben immerhin 40 Leute, also 40% geschrieben von immerhin 876 Leuten, die finden es großartig, ja, das finde ich schon mal schön, also das Gefühl hatte ich schon gar nicht mehr, weil ich immer total verkopft bin bei so einem Scheiß. 13% schreiben ist nett, aber was soll's und diesmal 11% ist mir vollkommen egal und tatsächlich aber 31%, ich mache mir ab jetzt Sorgen, also Playstation will PC-Anbindung machen, ich fange an, mir Sorgen zu machen, deswegen, 30% immerhin, 5% glauben, das ist das Ende. So, und ja, ich gehöre definitiv zu den 31% so ein bisschen, ja, ich, wie gesagt, ich bin jetzt auch so ein Typ, der immer irgendwie nicht einfach so gute Laune ums Verrecken und so, sondern auch sich schnell Sorgen macht, ich habe auch schon erlebt, wie viele, viele Szenen und Hobbys, die ich geliebt habe, gestorben sind und verreckt sind, weil einfach der Mainstream das nicht mehr supportet hat, Stichwort Heimcomputer und so, fand ich total gigantisch, ist alles weggestorben und viele enthusiastische Menschen mussten sich neue Hobbys suchen, übrigens Dude Elmar, sehr, sehr vielen Dank für die 5 Euro, ich habe es gesehen, ich wollte nur hier meinen Redeschwall beenden. Genau, und das ist der Zustand und falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, ich habe jetzt schon öfter an verschiedenen Stellen darüber geredet, also, PC-Spiele sind in sich ja okay, PC-Spiele wissen nicht, dass es ein Gerät gibt mit Eye-Tracking, ja, es gibt kein PC-Spiel, das Eye-Tracking unterstützt, es gab zwar auch PC-Headsets, die Eye-Tracking haben, aber das waren meistens eher so teurere Geräte, die für Industriegeschichten gedacht sind und die Spiele supporten das nicht, PC-Spiele wissen nicht, dass wir in der Playstation ein haptisches, geileres Feedback haben und einen adaptiven Trigger, sie wissen nichts von unserem Head-Rumble und so weiter, PC-Spiele wissen auch nicht, dass sie Sachen in HDR darstellen können, mit wenigen Ausnahmen, deswegen, wie auch immer die Methode passiert, wie Sony uns diese Library zugänglich machen will, in der idealsten Version davon, wenn das technisch absolut perfekt abläuft, wird sich jedes dieser Spiele markant beschissener anfühlen, als jedes einzelne bisher existierende PSVR 2 Spiel und das weiß ich nicht, wofür wir das brauchen, ohne Scheiß, keins dieser Spiele, wie gesagt, sei einfach dahingestellt, es gibt ja zwei Varianten, die eine Variante an, die einige Leute glauben ist, wir nehmen einfach die Playstation 2, stöpseln sie in den PC, wahrscheinlich braucht man dann irgendeinen magischen Adapter oder so, das ist alles möglich, keine Frage und dann haben wir genau die Situation, der PC weiß überhaupt nicht, was er da hat und hat einfach nur ein Gerät mit einem zugegebenen OLED-Display, was ein Vorteil ist gegenüber anderen Brillen, aber einfach ein Gerät mit Fresnel-Linsen und so, alles ist okayisch, das ist wirklich nichts Besonderes. Witzigerweise ist der PC-Markt mittlerweile so weit, dass aber auch kaum eine Alternative in der Preisklasse da ist, abgesehen von der Quest, die aber eigentlich hauptsächlich nicht dafür gekauft wird, das ist bei vielen Leuten einfach so ein Nebeneffekt und das ist ein lustiger Zufall, so, Leute, die daran glauben, dass Sony die Playstation VR 2 komplett PC-kompatibel macht, damit man sie an den PC anschließen kann, gibt es, ich gehöre nicht dazu, weil ich nicht verstehe, warum das Sony machen sollte. Der PC-VR-Markt war schon immer bedeutend kleiner als der Playstation-VR-Markt und um jetzt mehr Hardware zu verkaufen, sehe ich eigentlich keinen klaren Grund dafür. Es sei denn, und da wäre man dann hier bei den 5%, dass Sony sowieso nicht vorhat, noch irgendwas zu tun, sprich, die beenden eigentlich ihre Tätigkeiten und wollen nur noch irgendwie die letzte Hardware verkaufen. Also das wäre der einzige Grund, den ich verstehen würde, warum man eine Playstation an den PC anschließen kann. Der Faktor, dass das irgendeinen Wettbewerbsvorteil hat gegenüber der Quest oder so, die man ja an den PC anschließen kann, den weiß ich nicht genau, den verstehe ich nicht genau. Es ist alles sehr kompliziert. So, es gibt eine Variante, die ich für wahrscheinlicher halte, dass man das nämlich über eine Streaming-Lösung macht. Das funktioniert ja bei den mobilen VR-Brillen eigentlich ganz gut. Gerade die Quest hat letztens von Valve nochmal eine App bekommen, die eine direkte Steam-VR-Anbindung macht und die funktioniert auch wirklich gut. Also leider nur kabellos, was dann wieder immer ein bisschen schlecht ist, aber sie funktioniert an sich gut. Ihr schaltet eine Quest an, startet eine App und die verbindet euch direkt mit Steam-VR-Auf- eurem PC und könnt das dann benutzen. Die ganzen anderen Lösungen, die sowieso schon immer gab, die gab es auch schon immer, aber sowas kann ich mir zum Beispiel vorstellen. Das bedeutet aber tatsächlich, dass ihr im Wohnzimmer sitzt mit eurer Playstation VR, angeschlossen an der Playstation 5, startet eine App und dann könnt ihr auf eurem PC zugreifen, der meinetwegen im Arbeitszimmer steht. Hier ist der Vorteil, dass alles mit Lärmkabeln verbunden ist und nicht diese ganzen Überluft- Übertragungsprobleme auftreten. Und dann könnt ihr auf die PC-Spiele zugreifen. Aber wie gesagt, die ganzen Vorteile der Playstation VR, nämlich Eye-Tracking wird nicht unterstützt. Eye-Tracking mit Dynamic Forward Rendering wird nicht unterstützt. Eure ganzen tollen Haptik-Geschichten in den Triggern werden nicht unterstützt. Kopf-Rumble wird nicht unterstützt. Das Erlebnis, was ihr also da haben werdet, wird immer sein wie auf einer Quest. nur mit besseren Farben. Das ist okay, finde ich. Das ist eine Bereicherung, wenn man sowieso einen PC da stehen hat. Aber ich finde, diese Aufweichung der Regel, dass Sony eigentlich, und man kann über die inhaltliche Qualität der Playstation VR 2-Spiele gerne streiten, die es so gibt, aber es gab bisher immer eine ganz klare Ansage, dass die Qualität des VR-Erlebnisses stabil sein muss auf der Playstation VR 2. Und das ist zum Beispiel mit so einer Geschichte, mit so einer App, wo man was streamt und so, auf jeden Fall auch nicht mehr gewährleistet, weil es ja dann sehr stark von dem aktuellen PC abhängig ist, wie der performt. So, und diese ganzen Gedanken führen bei mir dazu, dass ich vollkommen verunsichert bin, was Sony mit diesem Schritt vorhat. Ja, weil in meiner Erfahrungswelt macht nichts davon wirklich Sinn. So, wie gesagt, man hat plötzlich tausende VR-Spiele, aber vielleicht keins davon, was man wirklich in der Qualität dann sehen will. Das sei mal dahingestellt, ne? Vielleicht passiert auch ein Wunder. Ja, Programmist sagt, die Pimax unterstützt Eye-Tracking auf Treiber-Ebene. Ja, Programmist, dann sag mir doch mal ein PC-Spiel, dass das auch tatsächlich supportet. Also, und so weiter. Ja, es gibt immer ein paar Ausnahmen und hier gibt es immer noch eine Gurke, die irgendwas tut, aber die Masse der Spieler, also entschuldigt, ich habe eine Index gehabt, ja, am PC. Die sollte eigentlich das Kernstück der Kompatibilität sein. die, 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 wie heißt denn das? Die Vorzeigeplattform und selbst die Index-Controller wurden irgendwie von 50% der Spiele nicht richtig unterstützt und so weiter, ja? Das ist ein, ein wildes Feld da draußen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und, äh, genau. Und das ist einfach der Zustand. so. Und diese Nachricht hat tatsächlich auch bei mir dazu gesorgt, dass ich angefangen habe, äh, noch lauter und stärker mir Sorgen zu machen, was bei Sony eigentlich gerade los ist. Wir wissen alle auch, dass Jim Ryan jetzt geht und dann kommt ein Nachfolger und es wird da auch sehr viel Gewurschtel geben bei Playstation. Momentan ist es einfach komplett unklar, was, was der weitere Weg da sein wird, ja? Und das ist einfach momentan der Zustand. Also, wenn ihr mich fragt, Mensch, Motenzen, wie geht es denn weiter mit der Playstation 2, ist die Antwort tatsächlich momentan, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich wünschte tatsächlich auch, und das ist eine Geschichte, die hatte sich sehr, sehr schnell ergeben, ähm, schon als die Pico rauskam, irgendwie, ich weiß gar nicht, das war Ende 2022, glaube ich, ja, da hatte ich ein ziemliches Aha-Erlebnis mit meinen ersten Pancake-Linsen, ja, weil ich dachte, wow, weil ich halt vorher, äh, auch, sehr viel an der Quest und so gespielt hatte und am PC-Headset mit Fronel-Linsen und so weiter und so weiter und kannte eigentlich richtig geile Optik nur von der Playstation 1, die asphärische Linsen hat und da dachte ich, wie geil ist das denn, jetzt gibt es ein mobiles Headset mit nahezu der Qualität, die ich von der Playstation 1 kenne, was die Linsen angeht und das zum Beispiel ist auch ein richtig großes Ding bei der Quest 3 jetzt, ja, die Linsen sind fantastisch und der schnellere Prozessor der Quest 3 sorgt jetzt auch dafür, dass man wesentlich hochauflösende Grafik machen kann und die Kombination dieser Linsen, weil da habt ihr nicht das Problem, dass es richtig sitzen muss, damit ihr alles perfekt seht, sondern ihr setzt die einfach auf und macht was und genau so soll es sein und das ist natürlich auch ein Problem, ja, das hat sich jetzt ein Jahr nachdem die, also die Playstation 2 ist jetzt ein Jahr alt und die Mitkonkurrenz, die es gibt, wie zum Beispiel eine Quest 3 oder sagen wir mal gnädig und rechnen auch noch eine Pico 4 dazu, hat das jetzt aber von der Linsentechnik und so wirklich hinter sich gelassen und ihr wisst, ich bin ein Fan von einfachem Handling, ja, die Probleme hier, der der Kollege eben hatte, wo er sagte, ich habe die Brille und ich weiß nicht und es ist nicht scharf, ja, das fragt niemand auf der Quest, weil es einfach nicht Not tut, ihr setzt das Ding auf und es ist halt scharf, natürlich so scharf, wie die Spiele dann auch sind, aber die ganzen Menüs und so sind jetzt scharf und das ist halt schon eine Nummer und ich hätte mir damals gewünscht, dass Sony, weil sie ja den Formfaktor der Playstation 2 überhaupt nicht geändert haben, das Ding ist ja genauso groß wie immer, dass sie dann einfach asphärische Linsen drin gehabt hätten, dann wäre da auch eigentlich für mich jetzt gar kein Weakpoint an der Playstation 2, das ist ein Ding, wo ich auch manchmal sage, mal sehen, wie das langfristig sich so auswirkt, ja, weil es halt super Anfänger unfreundlich ist. So, aber das war jetzt nochmal ein anderes Thema. Und ich glaube, jetzt habe ich erstmal alles, was mir zum Thema Playstation 2 ist, ein Jahr alt geworden und wie geht es in Zukunft weiter, so an Gedanken hat er erzählt. Okay. Und wie gesagt, wenn irgendjemand da draußen rumrennt und vermutet, dass der Anschluss an den PC für die Playstation 2 was Gutes sein könnte, muss ich leider sagen, ich bin nicht sicher. Ich lasse mich super gerne vom Gegenteil überzeugen. Vielleicht gibt es irgendwelche pfiffigen Ingenieure bei Sony, die entweder tatsächlich dafür gesorgt haben, dass man die Playstation kompromisslos an den PC anschließen kann. Ich weiß zwar dann nicht, es wird keinen PC-Entwickler geben, der dann extra für die paar PSVR 2s, die am PC betrieben werden, nochmal neues Rumble einbaut oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es möglich, einfach in einen Standard-Hardware-Triber Eye-Tracking und Forward-Rendering mit zu verbauen, sodass die Spiele das gar nicht müssen. Sowas weiß ich eigentlich nicht. Aber ja, das ist der Zustand. Wenn ihr das über eine Stream-Funktionalität macht, ganz im Ernst, ich stream gerade meine Spiele über die Quest, natürlich kann man damit leben, das geht auch alles. Und der eine oder andere wird sich dann freuen, weil für den PC sind früher auch echt coole AAA-Games rausgekommen. Und davon liegen ein paar rum, die auch geil sind. Aber ich bin mal gespannt, ob jemand, der jetzt auf der Playstation sowas wie Resi gespielt hat, also wirklich mit aktueller fantastischer Grafik und mit diesem Haptik-Zeug und HDR und so, ob dem dann zum Beispiel auch noch ein Half-Life oder so mit diesem Layer dazwischen, dass es halt gestreamt ist und kein nativer Port für die Playstation ja 2 ist, ob das dann auch noch wirklich so ganz großes Kino ist, müssen wir mal gucken. Ich hoffe und bete, dass das gut sein kann und soll. Ich sehe aber auch, dass es sehr viel Verwirrung stiftet und der Grund ist, warum viele Leute inklusive mir sich fragen, was ist denn jetzt gerade vor bei Sony? Was ist denn da los? Die Antwort auf die Playstation 2 könnte besser sein, ist ja definitiv, macht einfach bessere und mehr Spiele und eventuell nicht, gebt uns noch ein Pool halbgare Scheiße dazu. I don't know. So, das ist der Zustand. Und Leute fragen mich auch oft, weil wir hatten auch im letzten halben Jahr viele Spiele, die eigentlich technisch gar nicht herausfordernd waren und trotzdem Scheiße liefen auf der PS4 H2. Und da fragen auch viele Leute so, ja, denkst du die Playstation 5 Pro wird das verbessern? Und meine Antwort ist auch, nein. Wenn jetzt ein Entwickler nicht schafft, maximale Auflösung in 120 FPS auf einer Playstation 5 hinzukriegen, dann kriegt das auch eine Playstation 5 Pro mit der doppelten Grafikpower nicht hin. Dann sind die Leute einfach so schlecht, dass es nicht geht. Und das liegt nicht daran, dass sie böse sind oder so, sondern die können das nicht besser und das ist aber, das sind aber die Leute, die noch bereit sind für VR was zu machen. Die anderen, die Dinge gut können, die wollen auch gut leben und gehen irgendwo hin, wo man Geld verdienen kann. Irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Ich weiß es natürlich auch nicht genau, aber das sind so die Gedanken, die ich habe. Und mit denen lasse ich euch jetzt arbeiten. jetzt habe ich tatsächlich eineinhalb Stunden insgesamt nach der Begrüßung merkwürdigen Monolog gehalten. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr jetzt noch die normalen News haben wollt. Sag mal bitte Bescheid. Und der ganze Rest darum, was man jetzt sich noch ausdenken kann um das Thema Playstation am PC ist einfach wirklich müßig. Denn wie auch immer irgendwas irgendwo irgendwie geht, wir müssen jetzt einfach abwarten, bis es passiert und dann können wir weiter entscheiden, wie wir es finden. Monolith zum Beispiel schreibt hier, also mal ernsthaft, was lässt dich glauben, dass Sony PS4R2 noch groß weiter unterstützt auf der PS5 only? Es wird nichts angekündigt in großen Titeln. Ja, es wurde noch nie was angekündigt an großen Titeln. Das hatte ich ja schon in meinem Vortrag gesagt. Das passiert einfach nicht mehr. Ich glaube Resident Evil 4 war auch wieder eine kleine Ausnahme. das hatte so auch drei Monate Vorlauf von der Ankündigung her. Es wird einfach nichts mehr angekündigt. Nie. Das bedeutet tatsächlich nicht, dass auch nichts mehr kommt. Aber ja, die Aussage ist definitiv, ich habe auch keine Ahnung, was läuft. Ich bin schon bekloppt, aber in der Tat wäre die PS4R2 für PC auch nicht interessant für mich. Ja, deswegen, also für PC-Leute ist da auch nicht viel abzuholen. PC-Leute beschäftigen sich eigentlich damit ständig mehr Auflösung zu wollen und neue Grafikkarten zu kaufen. Warum sollen die jetzt scharf sein auf eine Brille, die auch nur 2000x2000 Blar hat und alte Fresnel-Linsen? Come on. Das wird kein Kassenschlag. Ich weiß es nicht. Vielleicht geht es aber den ganzen VR-Markt auch schon so mies, dass man sich da freut irgendein 600-Euro-Gerät zu bekommen. I don't know. Naja. Auf jeden Fall, das ist so der Stand, Leute. Wir wissen nicht, wo es hingeht und ich würde vorschlagen, wir machen das Beste draus, aber es geht uns schlecht. Finde ich. Jo. Wobei der Mangel an großen Titeln ein generelles VR-Problem ist, muss man zugeben. Ja, genau. Genau. Wie gesagt, die Playstation VR 2 hat kein Problem, sondern VR an sich und zwar ein Riesenproblem. Ich meine, entschuldigt, Meta, der Konzern, die echt Geld rauskacken wie Hölle. Sogar die haben es nicht hinbekommen für die Meta Quest, die sich angeblich auch verkauft hat wie Hölle. Angeblich, also da tanzen Zahlen rum, dass die Meta Quest 2 sich halt irgendwie 15 oder 20 Millionen Mal verkauft hat, was für VR-Verhältnisse gigantisch wäre. Und trotzdem hat es dafür auch nicht jährlich mehrere AAA-Titel gegeben. Es ist einfach so. Ich weiß nicht, wo dran das liegt, aber es ist so. Und fertig. So, und wenn man jetzt sagt, ich habe mir eine PSVR 2 gekauft, aber das erfüllt nicht meine Erwartungen von den Spielen her und so, dann wüsste ich auch keine Plattform, auf der man eine Erwartung gerade erfüllt bekommt. Man kann sich jetzt eine Quest kaufen, aber da kommen doch genau die Spiele raus, die einem auf der PSVR 2 irgendwie nicht genügen, weil sie zu klein und zu bunt und zu egal sind. Es ist kompliziert. Und wie gesagt, ich rede nicht von mir. Ich mag kleine Spiele und manchmal auch bunte. Das war's. Und jetzt mal was Geiles. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Ready Player One ist natürlich die VR-Bibel gewesen für alle, die keinen Plan haben. Der richtige absolute Virtual Reality-Held ist nämlich William Gibson. William Gibson hat irgendwann in den 80ern Neuromancer geschrieben und irgendwann in den 80ern habe ich diese Bücher verschlungen. Oder war es die 90er? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist das so, für mich ist das der Vater der Virtual Reality. Er hat das damals die Matrix genannt oder so. Und genau, der Name Die Matrix ist mittlerweile durch die Matrix-Filme so ein bisschen auf eine andere Seite gekippt und deswegen nennen wir das jetzt das Metaversum oder so. Er hat es damals Die Matrix genannt. Und für mich absolut der fantastischste, einer der fantastischsten Science-Fiction-Autoren, der sich schon so mit virtuellen Welten beschäftigt hat. Das ist einer der Gründe, warum ich hier bin, warum ich das hier jetzt alles gerade mache. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt gelesen habe, dass tatsächlich das Original Neuromancer von William Gibson zu einer Serie wird, Leute. Wie geil ist das denn bitte? Wir hatten jetzt schon auf Gott, wie heißt das? Amazon Prime gab es schon eine Serie von Gibson-Material. Ich habe leider gerade den Namen vergessen. Die auch ziemlich cool war. Ja, sehr interessant. Aber das hier ist jetzt das Original. Dieses Buch habe ich im Laufe meines Lebens, ich habe es jetzt, also ich lese es so in größeren Abständen immer mal wieder. Ich glaube, ich habe es jetzt bestimmt fünfmal gelesen und das letzte Mal irgendwie letztes Jahr im Sommer. Neuromancer, ich finde es fantastisch. Das ist übrigens eine Trilogie, da gibt es zugehört auch noch Mona Lisa Overdrive und ein dritter Titel, den ich gerade nicht weiß, könnt ihr nachschlagen. und tatsächlich wird es jetzt 84, genau, 84 hat er das Ding geschrieben. Es gab übrigens auch schon mal eine Verfilmung aus diesem Universum mit Keanu Reeves, Johnny Mermonek. Das war eigentlich eine Kurzgeschichte, die im selben Universum wie Neuromancer spielt und die war halt total grauenhaft, ja, die war richtig scheiße. Aber ich freue mich total, Neuromancer mal als Film oder Serie zu sehen. Darauf habe ich richtig Bock. Ist jetzt ein bisschen halb off topic, aber es ist für mich genau das, weswegen ich hier bin, diese virtuellen Welten. Und falls ihr das nicht kennt, falls ihr Bock habt, irgendwie nochmal ein bisschen was anderes zu lesen als nur Ready Player One, weil Ready Player One ist so die Bimbo-Version von so einer Geschichte, ja, er hat da auch von einer tollen virtuellen Welt berichtet, aber das war alles halt so, ja, dieses Buch lebt halt sehr von seinen kuscheligen 80er Jahre Referenzen, aber hat eigentlich nur okayisch viel zu bieten, finde ich so. Und die ganze Technologie ist schon bei Neuromancer auch weiterentwickelt gewesen, da hat man nichts mehr, was Optik und Sound reinspielt, sondern connectet sich da direkt mit der Matrix, irgendwie neuronal und so. und ja, super interessante Bücher, ich freue mich riesig, ich habe total Bock drauf und wollte das dann hier auch mal ganz groß verkünden, weil ich finde, das ist für unsere VR-Szene relevant. Deswegen bin ich hier, das war meine Hoffnung, dass wir eines Tages da landen, ja, dass wir in so einer virtuellen Welt existieren und auf gewisse Art und Weise tun wir das jetzt schon. Ich sitze irgendwie fünf Stunden, räume meinen virtuellen Bunker auf und gehe dann zwischendurch mal raus und versuche irgendjemanden Loot abzugeistern. The Peripheral, ja, der Junge, dankeschön, dankeschön, genau, eine spätere Romanreihe von Gibson ist halt Peripherie in Deutsch gewesen, die auch ganz, ganz cool war und das wurde bereits auf Amazon verfilmt, auch eine große Empfehlung von mir, guckt euch das mal an, auch ist ziemlich gut geworden, finde ich. Tron, genau, auch Tron war schon so ein Ding, auch sehr geil. Tron ist übrigens, finde ich, auch ganz schön zeitlos, das sieht immer noch sehr, sehr stylisch und cool aus. Ja, gut, das war noch eine kleine Neuigkeit, ich versuche jetzt mal die News ein bisschen zu pushen hier. Was haben wir an neuen Updates? Es gab mal wieder ein Update für Grand Tourismal, gucken wir mal kurz rein, was da Neues ist. Ein, was war das für ein Auto? Gucken wir mal, das steht gleich als Text dran, ein Audi TT. Wisst ihr, was lustig ist? Auch der Audi TT hat für mich was Besonderes, das war nämlich einer der ersten Wagen für einen richtig großen Werbefilm, an dem ich mitgearbeitet habe, der komplett in 3D, nee, gar nicht. Das Auto haben sie gedreht, und die komplette Landschaft haben sie in 3D gemacht, aus irgendwelchen verrückten Gründen. Das war 2005, ja, und das war eine der ersten großen Produktionen, wo ich als 3D Artist in einem Team mitgearbeitet habe und das, damals haben solche Werbespots noch 500.000 Euro verschlungen und deswegen der Audi TT, ich finde es so lustig, weil ich habe so Sachen gemacht, da haben dann ganz viele Audi TTs das TT-Logo gebildet und so, ja, und ich habe ganze Städte gebaut und so, durch die der gefahren ist, war eine schöne Zeit. Deswegen, der Audi TT hat für mich eine emotionale Mitsubishi Lanza, bedeutet mir nichts und der Renault, den finde ich irgendwie witzig, weil der in alten Louis-Definez-Filmen vorgekommen ist und ich finde es bemerkenswert, Gran Turismo ist natürlich ein Fass ohne Boden, ja, da kommt immer toller, neuer Content, da ist nie Schluss. So, aber auch für das auf der Playstation 2 von mir ein bisschen gescholtene Breachers, ich war echt enttäuscht, weil die Entwickler von Breachers Triangle Factory haben eigentlich auf Quest und auch auf Pico und so, immer geil was aus der Hardware rausgeholt, ja, die Titel sahen sogar für mobile Versionen immer richtig gut aus und auf der PS4 A2 ist es weiterhin, finde ich, unscharf, aber es gibt eine neue Map und zwar heißt sie offensichtlich Outpost und es ist eine Team-Deathmatch-Map, davon gibt es ja bisher nur eine in Breachers, und schlägt aus von Synthetik Materials. Every Detail, von Skulld Rocks, zu Plywood Tres, und sogar die Artificial Grasse, contribute zu eine Immersive Training experience. So, ist ja eigentlich ganz schön. Ab jetzt erhältlich. Wie ihr vielleicht rausgehört habt, bin ich momentan aus dem klassischen Multishooter-Gewerbe komplett ausgestiegen. Also momentan würde ich nicht verstehen, warum man noch schießen spielen sollte, wenn es um nichts geht. Weil man ja respawnt in der nächsten Runde. Man verliert nichts, man gewinnt nichts. Außer vielleicht, dass man ein paar Leute abgeschossen hat. Aber das ist der Fall. So, das waren zwei Sachen. Es gibt auch noch für Guardians Frontline was Neues. Es ist jetzt aber wurscht. No Man's Sky hat sein Omega Update bekommen. Ich erwähne es auch nochmal, weil ich der Geschichte, die man diesmal irgendwie kein eigenes Video gegönnt habe. Weil ich zu tun hatte. Es gab halt, als das bekannt wurde, zwei Wochen an hintereinander konnte man No Man's Sky kostenlos spielen. Und mal reinschnuppern, ob das was für einen ist. Ich hoffe, ihr habt das alle getan. Euch dann dafür entschieden, dass es der Knaller ist. Und gekauft. Denn diesen Entwickler muss man auf jeden Fall unterstützen. Einer der wenigen Entwickler, denen es auch in der aktuellen Krise noch gut geht. Sie haben bei den ganzen Entlassungswellen geschrieben, Leute, Leute, kommt zu uns. Wir brauchen noch, wir brauchen gute Leute. Wir haben noch, ich weiß gar nicht, 50 Stellen frei oder das war, wie auch immer. Denen geht es gut. Die machen gute Spiele und sie supporten VR. Das ist der AAA-Entwickler. Ist es AAA? Ja. Der VR-supported. Kauft euch alle dieses Spiel und spielt es in VR, damit die sehen, dass ihr das tut. Denn der nächste Titel ist schon angekündigt. Bla No Fire. Ich habe den Namen, den kriege ich nicht auf die Reihe. Touch No Fire. Mach kein Feuer. Ich weiß es nicht. Das nächste Ding, was die haben, das wird mit derselben Engine laufen. Und ich will, dass das in VR spielbar ist. Kauft No Man's Sky. Spielt es in VR. Zeigt ihnen, dass die VR-Community da ist. Dass sie bereit ist, Geld zu investieren für solche fantastischen, unendlich tausend Stunden Spielspaßtitel. Und dann kriegen wir dieses nächste große Fantasy-Ding auch in VR. Und dann müssen wir uns erst mal drei Jahre keine Sorgen mehr machen, Leute. Weil dieses Spiel ist so big, dass es einfach gar nicht klar geht. Und ich vergesse immer den Namen. Warum? Sagt mir einer bitte den Namen. Ich brauche ein Souffleur, Leute. Ich will einfach mehr umfangreiche Story-Titel. Mass Effect. Ja, das wollen wir alle. Wieso schreibt ihr das aber ständig? Die kommen halt nicht. Das ist jetzt eine Tatsache. Light No Fire. Dankeschön, Jensen MacLeod. Ich brauche echt jemanden, der hier eigentlich nur da ist, um die ganzen Sachen, die ich sagen will, mir zu übersetzen. Light No Fire. Ich habe total Bock drauf. Und ich bin so gespannt. Und ich will, dass es im VR passiert, Leute. Gerade weil No Man's Sky jetzt auf der PlayStation VR 2 so fett performt, wenn Light No Fire rauskommt, ist es eventuell tatsächlich schon in der PlayStation Pro Area oder so. Es ist nämlich ein bisschen komplexer als das jetzige No Man's Sky. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es easy auch ein VR-Port geben kann und wird, ist halt extrem groß bei diesem Spiel. Da sollten wir hinterher sein, Kinder. Lasst uns das bitte nicht vergessen. Lasst uns mal aufhören, immer diese Spiele nicht zu kaufen, weil der nächste Sale ja kommt. Kaufen und benutzen, Spaß haben und dann gibt es noch eine Chance, dass das nächste große Ding rauskommt. Racing Fan will doch nur ein Killzone vorher. Wisst ihr, das Verrückte ist, ich hätte vor einem Monat, nee, sagen wir mal vor zwei, hätte ich das alles genauso unterschrieben. Hätte ich gesagt, oh, ich möchte einfach nur ein Killzone. Es hat sich alles geändert seit Ghost of Tabor. Alles hat sich geändert. Ich weiß nicht mehr, ob ich so ein Killzone, ich würde ein Killzone lieben, ich würde es durchspielen und dann wäre es fertig. Ghost of Tabor ist nie fertig. Ich liebe diese Spiele. Das sind für mich echte Welten und nicht nur Spiele da draußen. Also das ist interessanter. So, kommen wir mal zu den Releases, die es so in der letzten Woche gab für die Playstation 2, über die wir vielleicht noch nicht gesprochen haben. Hier, ich habe leider jetzt kein Trailer parat, aber... Was ja noch rausgekommen ist, ist Operation Serpents. Operation Serpents ist genauso wie VR Brigade oder diese Titel, die in die Kerbe lagen. So ein arcadiges Ding, ja. Ihr seid irgendwo und dann gibt es da ein paar Gegner in den Fenstern und so und ihr müsst sie abschießen. Mit riesen Abstand. Der schlechteste Kandidat, den ich jemals aus diesem Genre gesehen habe, ist aber Operation Serpents. Ja, das ist richtig mies. So, diese Spiele sind halt immer nicht aufwendig von der Grafik her oder so, aber die meisten davon haben mir ziemlich viel Spaß gemacht. Auch Operation Wolf zum Beispiel. Ich fand das richtig gut gemacht. Ja, für das, was es sein wollte, war es richtig geil. Operation Serpents ist... Wow. Da war ich echt erstaunt. Das ist schon fast so schlecht, dass es schon wieder kultig ist. Holt es euch nicht. Wenn ihr Probleme habt, 50 Euro für Legendary Tales auszugeben, gebt niemals 20 Euro für Operation Serpents aus. Dann gab es für die Playstation VR auch Space Dockers VR. Das ist draußen. Und da habe ich reingeguckt. Ich habe das auch schon aufgezeichnet. Ich muss es nur noch schneiden, damit ich euch mal mein Video dazu zeigen kann. Und was ich euch schon mal hier sagen kann, dass das ist ein Mobile-Port und ein guter. So. Ich mache mal den Ton aus. Wer braucht denn dieses Gitarren-Geschrammel? 120 FPS auf der Playstation VR 2 und scharfes Bild. Wall. So. Die Grafik ist natürlich Quest. Also nett mit ein paar angeklebten Texturen. Und das Spielprinzip ist, ihr buxiert tatsächlich mit so einem kleinen Weltraum-Docking-Schiff-Dinge durch die Gegend. Und dann gibt es auch noch so ein paar Level, wo man manchmal so ein paar Races macht und so. Also das Andocken fand ich ganz schön heftig. Ganz schönes Geduldsspielchen. Aber es funktioniert alles, wie man sich ja das erwartet. Es hat so ein bisschen Witz. Und ich fand es insgesamt eigentlich ganz süß. Und wie gesagt, technisch perfekt auf der Playstation VR 2 umgesetzt. Das erlaubt sich sogar so Spiränzchen wie, dass ihr, obwohl es in der Brille mit 120 FPS läuft und super Auflösung, dass ihr noch so einen Streamer-Modus habt. Ihr könnt das, was am Bildschirm angezeigt ist, noch manipulieren. Andere Perspektiven und so. Come on, Leute. Das nenne ich mal tatsächlich Engagement von den Entwicklern. Also hat mich, was das angeht, beeindruckt. Ob das jetzt spielerisch was für jeden ist, das müsst ihr dann selber entscheiden. Wie gesagt, Video von mir ist sozusagen in der Pipeline. Ich habe reingespielt, alles aufgenommen, muss es nur noch mal zurechtschneiden. Und das werdet ihr von mir bekommen. So, dasselbe gilt für, also dasselbe werdet ihr von mir bekommen, gilt für The Wizard's Dark Time Brotherhood. Moment mal. Das ist ja jetzt auch dann relativ überraschend und kurzfristig rausgekommen zum Thema Ankündigung. Es wurde angekündigt und ist drei Tage später rausgekommen. Also das ist momentan einfach die Politik der Publisher, da können wir nichts dran ändern. Und hier haben wir eine kleine History. Der erste Teil von The Wizards kam ja auch für The PlayStation 1. Ich habe tatsächlich da ziemlich viel gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich es durchgespielt habe. Nö. Und das hat ja die Eigenschaft, dass ihr verschiedene Waffen und Zauber habt, die ihr allerdings nicht mit verschiedenen Knopfdrücken erreicht, sondern mit Gesten. Ihr macht irgendwie so und dann habt ihr so einen magischen Schild. Den kann man auch schleudern wie Kratos. Ihr macht irgendwie eine andere Geste und habt dann einen Eisbogen und könnt schießen. Und diese ganzen Fähigkeiten kann man auch kombinieren. Man kann Gegner, die zum Beispiel gegen euren elektrischen Zauber empfindlich sind, könnt ihr einfrieren, dann mit Feuer wieder auftauen. Dann sind die nass und empfindlicher gegen Elektrozauber und so. Das ist alles ganz nett. Allein technisch ist das Ding hier wirklich mittelklasse. Ich habe 2019 die erste Version auf dem PC gespielt. Damals war es auf dem PC grafisch gut. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es genau aussah, denn die PS2-Version sieht nicht gut aus. Ich würde fast behaupten, wir haben hier eine Version, die eigentlich die Quest-Version ist, was die ganze Geometrie angeht. Also die Auflösung der Objekte von einem Geometrie-Count, aber mit absurd hoch aufgelösten Texturen. Das ist wirklich merkwürdig, das zu sehen. Also jede Säule sieht aus wie ein Krampfanfall, aber du kannst so nah rangehen und siehst keine Pixel. Ich wusste überhaupt nicht, was ich von diesem Grafikstil halten soll. Das Ganze läuft allerdings nicht in guter Auflösung. Also auf der PlayStation R2 ist die Grafik irgendwie interessant zwischen Quest, aber besser. Dafür aber mit nicht besonders hoher Auflösung und schlechtem Anti-Aliasing. Also es flimmert da sehr, sehr viel. Ich finde das Spiel an sich ganz süß. Es soll aber auch nicht so lange gehen. Ihr habt dreieinhalb Stunden, bis ihr die Kampagne durchgespielt habt. Und dann gibt es noch einen zusätzlichen Modus. Der ist so ein bisschen Rook-like-mäßig mit Koop-Funktion. Da könnt ihr zu dritt spielen. Den habe ich mir noch nicht angeguckt. Aber die Kerngeschichte und da habe ich jetzt zum Beispiel einfach nur, ich hatte nicht viel Zeit an dem Tag, eine halbe Stunde reingespielt, wenn überhaupt. Und da wollte ich euch auf jeden Fall früher oder später auch nochmal ein Video machen, wenn ich mehr Eindruck habe über das Spiel. Das ist mein momentaner Eindruck. Also technisch nicht besonders spielerisch cool. Ob dieses spielerisch Nette sich nach hinten hin hält, muss man da noch rausfinden. Und ich glaube, Without Parole hat ihm so fünf von zehn Punkten gegeben, weil er meinte, es bleibt sehr repetitiv. Ihr kommt immer irgendwo hin, dann kommen ein paar Opfer, die ihr wegschnetzeln müsst und dann geht es weiter. Und das fand er nicht so aufregend. Kann ich nachvollziehen. Es gab dann übrigens auch noch eine Release, die, glaube ich, keiner von uns bemerkt hat. Nämlich eine Wild-West-Version von Gun Club VR. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das nicht einfach ein DLC ist. In-Game-Käufe. Aber ich glaube, das ist eine Standalone-Version. So wie ich das hier sehe. Und die kostet aus irgendeinem Grund nur acht Euro. Also, falls das irgendjemand gesehen und gekauft und gespielt hat, gerne mal jetzt hier in die Kommentare schreiben, was daraus geworden ist. Also, Heimukwai, by the way. Okay. Das war auch noch eine Release, letzte Woche. Und dann gab es auch, gab es das oder nicht? Wartet mal kurz. Bin ich in der falschen Spalte? Nee. Dann gab es auch noch Beat the Beats VR. Ich glaube sogar, dass ich dafür auch ein Key habe. Aber ich habe gerade keine Ahnung. So, ich lasse die Musik lieber auf, bevor mich YouTube-Tier fickt. Ja, müssen wir nicht viel darüber reden. Wenn ihr schon mal in eurem Leben irgendeinen dieser ganzen Rhythmustitel gespielt habt, dann wisst ihr, was los ist. Irgendwas Lustiges. Geboxe. Sieht jetzt gar nicht so blöd aus. Ich muss noch gucken. Ich bilde mir ein, ich habe einen Key dafür. Vielleicht gucke ich da auch mal rein. Aber ihr wisst ja, ich spiele ansonsten Ghost of Tabor und bin auch glücklich. Dann gab es einen neuen Beat Saber Content. Und diesmal eigentlich was richtig Geiles, nämlich Daft Punk. Ich stehe auf die. Und ja, ich lasse hier definitiv die Musik aus. Die müsst ihr euch jetzt vorstellen. Ich singe die für euch, damit ihr euch die nicht vorstellen müsst. Das wäre tatsächlich scheiß nochmal Content, den ich mir auch angucken würde. In Beat Saber. Aber nur, wenn Ghost of Tabor gerade eine Stunde offline ist oder so. Draft Punk finde ich ziemlich geil. Also eigentlich eine schöne Nachricht. Hier steht leider nicht sehr viel dazu. Die Davon Musikpark Drops im 7. März. Was da konkret drin ist, sagt keiner und auch nicht der Trailer. Na gut. Schön. Übrigens, Beat Games. Zu Beat Games gibt es auch eine neue Nachricht. Nämlich, nachdem ja dieser Joris Love Back, also einer der Mitbegründer, und ich glaube, der musikalische Kopf hinter dem Ganzen irgendwie schon raus ist aus der Firma, haben jetzt auch die anderen zwei Mitbegründer den Hut genommen. Nämlich Jan Javrzyski, der Kreativdirektor war, ist raus und Wladimir Hirinkar, der Studio-Chef war. Das waren die original drei Leute, die Beat Saber gegründet haben. Also ich weiß nicht genau, was los ist, aber sagen wir mal so, wenn du von Meta aufgekauft wirst, ist es vielleicht auch noch nicht das Ende der Fahnenstange an Glück, was man haben kann. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, vielleicht waren die jetzt auch einfach mal fertig mit Beat Saber und konnten jetzt aber nicht sich entscheiden, auch mal was anderes in ihrem Leben zu machen. Weil Beat Saber natürlich einfach eine Cash-Cowl ist für Meta. Prost übrigens. Fand ich auch ganz interessant. Also solche Sachen passieren auch super erfolgreich alles, aber da musst du weg. Leon fragt, Servus, was hältst du von dem Kinomodus der PSU-A2? Ist mir ehrlich gesagt komplett wurscht. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich Filme unter einem VR-Hits-Set angucken würden. Aber der funktioniert halt. Du kannst halt alles machen, was du normal am Fernseher auch machen kannst. Mit einer großen Leinwand. Also okay, doch, irgendwann früher war ich davon auch fasziniert, aber mittlerweile nicht mehr. Ich gucke mir Filme echt hier auf meinem iPad an, Leute. Das ist meine Leinwand. Ich gucke die meisten nicht mal am Fernseher. Ich habe da... Ist sie da anders? Passt. Darfang ist nur für Meta und Rift angekündigt. Okay. Gucken wir mal. Also eigentlich sind die Sachen ja immer Multiplattform gewesen. Deswegen, da hätte ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Und dann gab es letzte Woche zum ersten Mal eine offene Beta von Showdown. Und meine lieben Herren und Damen, ich habe es schon oft erzählt, bevor ich angefangen habe VR zu machen, war ich nie ein richtiger Spieler. Also ich habe mich nie so als Computerspieler erfunden. Ich fand das immer viel interessanter, mit den Computern kreative Sachen zu machen. Ja, sowohl Musik als bewegte Grafik und so. Und Spielen fand ich immer nur so interessant, wenn es Spiele waren, die besonders tolle bewegte Grafik oder tolle Musik hatten. Oder irgendwas anderes technisch rausgeholt haben, was ich bemerkenswert fand. Das Einzige, was ich dann irgendwann mal viel gespielt habe, waren Final Fantasy Spiele und Shooter. Ja, angefangen mit Call of Duty bis hin zu Battlefield. Das ist Zeug, was ich richtig hart gesuchtet habe. Und ich habe bis, ja, bis vor ein paar Wochen hätte ich auch immer gesagt, ey, wenn es mal irgendwann ein Battlefield in VR gibt, dann kriegst du mich nicht mehr von der Brille los. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass es halt ein Extraction-Shooter ist, der genau das bewirkt. Aber diese ganze Geschichte, ja, diese riesen Battle Royales und was gerade mit Call of Duty Warzone läuft. Es gibt ja noch mehrere Titel in der Richtung, ich kenne die nicht alle, Apex und so. Also diese riesen Battle Royale-Shooter und so. Hat jetzt das Studio, das Contractors gemacht hat. Contractors halte ich für einen der besten Multiplayer-Shooter auf PC und Quest und Pico. Das Studio hat jetzt sich hingesetzt und einen neuen Titel gemacht, der heißt Contractors Showdown. Da gucken wir jetzt mal rein. Das läuft schon seit Ende letzten Jahres in der geschlossenen Alpha und dann in der geschlossenen Beta, jetzt in der öffentlichen Beta. Wenn ihr die Chance habt, guckt da bitte rein. Es ist der Shit. Musik machen wir wieder aus. Während ich nämlich Tabor liebe, wegen Dingen, die das kann, kann Tabor ein paar Sachen nicht gut. Tabor ist super fummelig und fisselig und sieht nicht so gut aus. Dieses Spiel hier, sogar auf einer Quest, auf einer mobilen Plattform, ist perfekt durchdesignt schon. Alle Sachen fühlen sich super gut an in VR. Es sieht super gut aus. Und ist halt wirklich ein riesiges Warzone. Ihr werdet da ganz klassisch, wie beim Call of Duty Warzone, auf einer Insel abgeworfen mit Fallschirm und könnt in Dreierteam auch agieren. Dann versucht ihr euch Waffen zu finden und zu looten und jetzt bis zum 17. läuft die offene Beta. Wenn ihr ein Gerät habt, das das unterstützt, macht das bitte. Die Beta ist für Meta Quest und für Steam VR zur Verfügung. Guckt da unbedingt rein. Ich finde, das Ding ist Granate. Ich habe das jetzt in der Alpha und Beta immer mal ausprobiert. Einfach nur für rumballern ist es schon super geil. Und wenn das dann aber auch offiziell rauskommt und das ganze Progression System habt, weil auch da könnt ihr euch dann geile Waffen, Skins und Anhängsel und bessere Skills und Perks und sowas alles besorgen, hat man da halt auch mehr Anreiz, es zu spielen. Weil ihr euch halt irgendwie verbessern könnt und das ist ein riesen Ding. Ich bin total begeistert. Auch die ganze Game Mechanik macht so viel Spaß. Ihr habt da so Ziplines, da könnt ihr euch ranhängen und dann seid ihr sehr schnell irgendwie auf dem Berg oben. Ihr könnt mit so einem Fallschirm, wie bei mittlerweile jedem normalen Flatshooter, glaube ich, rumfliegen. Die Insel ist auch wirklich absurd groß. Ich habe keine Ahnung, wie die so einen Quatsch alles in den Quest reinkriegen. Sieht richtig krass aus. Und auch da werde ich euch natürlich bei der nächsten Gelegenheit mal ein Video von machen. Für mich einer der potenziellen Superhits dieses Jahres. Ich weiß nicht, die Beta aus der Alpha Version und so fühlten sich jetzt auch schon so fertig an, dass ich denke, das kann jetzt nicht mehr so lange dauern, bis es offiziell rauskommt. Hier hat der Entwickler gesagt, das kommt für alle Major Plattformen raus. Ich bin mir nicht sicher, ob der Entwickler mit Major Plattformen auch Pico und Playstation 2 meint. So viele gibt es nicht. Deswegen, also wenn wir das zum Beispiel auch auf die Playstation 2 bekommen würden, das wäre absolut gigantisch. Denn es sieht schon auf dem Mobil so gut aus, auf dem PC natürlich noch besser. Auch das ist mit der Unreal Engine gemacht und würde halt demzufolge eine Chance haben, eines sehr guten Ports für die Playstation 2. Und wie gesagt, wenn man einmal sowas gespielt hat, es geht zumindest mir so, gibt es eigentlich kein Zurück mehr zu so klassischen Respawn-Shootern wie Pavlov oder so. Ja, das ist schwierig. Es ist absolut gigantisch. Ich bin wirklich, wirklich extrem beeindruckt. Und das sind eigentlich die Titel, muss ich ehrlich sagen, die mich gerade wegfetzen, wo ich sage, alter, wenn es nur dieses Spiel gibt, dann habe ich trotzdem das nächste Jahr in VR echt viel Spaß. Und ich persönlich mache mir nicht sehr viel Sorgen, dass ich nie wieder in Resident Evil spielen kann, weil das für mich nett ist, aber ich gehe da auch staunt durch. Aber das macht nicht meinen Spielalltag aus als VR-Spieler. Und der bin ich tatsächlich. Ich mache YouTube und so, aber ich benutzte VR auch als Spieler. Und das interessiert mich alles deswegen. Und danke, Rudi, Rudis87. Leute, ich finde das total nett, dass ihr heute Geld spendet. Ihr wisst, ich mache das hier nicht für Geld, aber es ist ein sehr großes Zeichen von Wertschätzung. Vielen, vielen Dank. So, also das Ding behaltet es im Auge. Ja, Contractors Showdown, habe ich das Gefühl, wird richtig groß. Für alle Leute, die Population 1 irgendwie schon interessant fanden, aber gerne was Militärisches und Realistisches hätten mit noch mehr Zeug und so, ist Contractors Showdown jetzt der nächste Shit. Ich hoffe und bete, dass es wirklich auf allen Major-Plattformen rauskommt und dass wir, egal welche Brille ihr habt, irgendwann alle zusammen spielen können oder besser gesagt gegeneinander und uns alle töten können. Ah, guck mal, hier steht schon was, dass die Steam-Page sagt, dass es irgendwann im April kommt. Werden wir mal sehen. Also da werde ich hart dranbleiben, könnt ihr sicher sein. Wäre es nicht für mich offensichtlich eine unüberwindbare Hürde, dann hätte ich es auch gerne live gestreamt. Wir kriegen das alles eines Tages hin. So, und dann gab es auch jetzt am 1. März für unsere PlayStation VR 2 Rainbow Reactor Fusion von dem guten Kalle. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Ich hatte Kalle auch mal hier auf dem Kanal in einem Interview, als Rainbow Reactor für den PC rauskam. Das ist jetzt schon weich in her. Und zu meiner Überraschung, er hatte das nämlich nicht verraten vorher, gibt es jetzt eine PlayStation-Version. Das ist allerdings ein direkter Port der Quest-Version, glaube ich zumindest. Ja, für mich schaut es so aus, denn die Grafik ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das Spiel hatte in seiner PC-Version damals den Kern, den Spielkern eines Match 3. Ja, das war 2019, genau. Der auch richtig geil ist. Jetzt haben sie noch ein bisschen was drumherum gebaut, so einen kleinen Story-Modus. Wenn ihr Fans davon seid, euch stundenlang von einem fliegenden Roboter-Kopf vollblubbern zu lassen und dabei Dreck vom Boden zu wischen und so, dann habt ihr diesen Story-Modus noch. Für mich funktioniert tatsächlich das Kernspiel sehr geil. Dieses Ding da, wo ihr von rechts und links farbige Kugeln bekommt und die werft ihr auf das Feld und dann müssen die halt, ich glaube im Kern nennt man das Match 3 oder so. Da steckt noch mehr hinter, das System geht noch weiter. Ich hatte auch hier jetzt noch nicht so viel Zeit, mich da so richtig in deep mit zu beschäftigen. Aber das gibt es jetzt für die PlayStation 2. Und wie gesagt, deutsche Entwickler, wenn ihr mit merkwürdiger Grafik leben könnt, denn die Grafik, tut mir leid Kalle, du weißt, ich meine es nicht böse, aber die Grafik ist schon interessant. Da stehen manchmal so große Container, oder sagen wir mal so, da stehen ein paar Kisten, die haben so Holztexturen und das geht echt klar. Die sehen echt okay aus. Die stehen von einem Container und der Container, so ein Riesending, irgendwie 5 Meter breit, hat eine Textur mit einem Viertel der Auflösung der Kiste. Und das sieht einfach ein bisschen merkwürdig aus. Ich weiß, es gab offensichtlich einen Moment, wo sie die Grafik der PC-Version, die sehr aufwendig war, runtergecruncht haben für Quest. Und das ist das, was wir jetzt auf der PlayStation 2 auch bekommen. Warum auch immer. Kalle, vielleicht kannst du es mal reinschreiben. Warum habt ihr nicht die PC-Grafik genommen? Ging das nicht oder so? Egal. Auf jeden Fall. Egal. Denn wenn ihr an diesem Gerät spielt und das eigentliche Spiel macht, dann funktioniert das. Und zwar richtig gut. Das macht echt Spaß. Diese Glibberbälle, die fühlen sich irgendwie cool an. Man kann die auch so zu einer neuen Farbe zusammenmatschen und so. Das ist eine schöne Mechanik. Das funktioniert wirklich. Den Story-Modus hätte ich jetzt nicht gebraucht. Auch Kalle, tatsächlich. Das war mir sehr schnell nervig, da durch die Gegend zu eiern. Aber das tut auch keinem weh. Man kann auch tatsächlich im Hauptmenü direkt in den Spielmodus gehen, den Arcade-Modus. Aber ja. Es geht auch keinem was verloren. Bei dem ist das Tempo das wichtigste. Und wir wollten keine Reprojection. Das musste auf Quest 1 laufen. Ja. Aber Kalle, was ist mit den Texturen? Ihr hättet es jetzt so machen können wie die Magic-Füchse da. Bei The Withered. Das ist alles Quest-Geometrie. Und die Texturen haben aber Auflösung von 8K. Das sieht total unfassbar merkwürdig aus. Bei dem ist das Tempo. Ja. Eine Zeit- und Kostenfrage. Ja, genau. Mir ist das natürlich am Ende des Tages klar. Ich gehe davon aus, dass Kalle und sein Team hier halt auch nicht aus bösen Willen nicht die PC-Grafik rübergeholt haben. Das Ganze ist halt so eine Art Steampunkiger-Look. So, ich kann es auch nicht beschreiben. Aber das Spiel ist geil. Macht Spaß. Und ich glaube, es kostet 15 Euro. Also, wenn ihr Bock habt auf so eine Match-3-Geschichte oder so, dann ist das auf jeden Fall. Ich kenne persönlich keinen anderen Titel, der diese Spielmechanik hat. Ist ein schönes Ding. Und Kalle ist ein cooler Typ. Und tatsächlich weiß ich noch, dass sie im Interview gesagt haben, mit der PC-Version haben sie damals das Geld, was sie ausgegangen haben, nicht reinbekommen. Ich gehe mal davon aus, dass sie das bei der Quest-Version dann haben. Genau. Wie du sagst, das Match-3 ist das Wichtigste. Und da haben wir die meiste Verbesserung reingepackt. Ah. Weißt du was, Kalle? Wir machen das mal so. Jetzt, wo der Titel draußen ist. Wenn du Bock hast, machen wir nochmal so ein kleines Interview. Dann können wir genau solche Sachen mal alle erzählen. Wenn du Bock hast, dann machen wir das da einfach nochmal und starten nochmal ein bisschen drüber, was da so gelaufen ist. Es ist ja auch interessant. Also, ihr habt euch jetzt dafür entschieden, sozusagen die Quest-Grafik zu nehmen, weil ihr keine Reprojection wolltet und so weiter. Das sind ja alles auch interessante Sachen direkt von der Entwicklungspraxis, die die Leute hier nicht so interessieren. Aber mich. Na klar. Ja, cool. Dann machen wir das mal demnächst. Also, demnächst haben wir Kalle hier, Kalle Max, den Entwickler, einen der Mitschuldigen an dem Ding. So. Und gleich nach Fusion ist jetzt der letzte Punkt der Releases in der letzten Woche. Für mich dann noch das Update von Ghost of Tabor. Habt ihr vielleicht schon mal davon gehört? Das ist ein kleines Indie-Game. Da gibt es auch eine neue Map und neuen Content einfach. Hier eine komplette neue Map. Das ist so eine U-Bahn-Geschichte. Finde ich ganz interessant, weil ich mochte die Bunker-Map in Ghost of Tabor nicht so gerne. Die ist wirklich stockdunkel. Und ihr wisst, ich bin nicht so gerne im Dunkeln. Hier in der U-Bahn ist es so ein Mittelding. Die ist ein bisschen düsterer als tagsüber draußen. Aber nicht komplett dunkel. Aber auch eine ziemlich fiese Scheiße da, in den Kellern rumzuschlurfen. Ich hab da mich stark an unsere Noob Nation Survive Session erinnert gefühlt. Da ist man ja auch für 50% des Spiels in so fiesen Kanalisationsdingern unterwegs. Ja, unfassbar. Und es gibt auch einen neuen Boss und neue Level hier im Museum. Diese Waffe, die der junge Mann hat, die hab ich jetzt schon in meinem Bunker und auch seine Uniform. Die grüne Karte, hab ich vorhin erzählt, haben wir auch schon gelootet. Ich wollte euch ein fantastisches Video darüber machen. Quest hatte sich entschieden, das Videoformat in dem Moment auf quadratisches 1000x24, 1000x24 und nur 5 Megabit pro Aufnahme bei 30 FPS zu klicken. Ja, ich weiß nicht, ob ich euch dieses Video antun möchte. Aber ja, das ist letzte Woche auch passiert. Und für mich war das ein ziemlich guter Moment, weil ich eh Tabor gesuchtet hab wie ein Hund. Und ich kann nicht behaupten, dass es schon langweilig wurde. Aber neuer Content bei einem Spiel, was ihr eh geil findet, ist natürlich immer das Beste. Spoddy spricht die Game Niggi. Ja, großartig. Jogi Korsi, Moin Mo, Däumchen und Prost. Prost. Übrigens auch an alle, die später gekommen sind und mittlerweile auch schon wieder gegangen sind, schätze ich. So, dann gucken wir mal, was nächste Woche rauskommt. Natürlich nur für Major-Systeme. Es gibt für alle Verrückten, die sich aus irgendeinem Grund hinter die Köse von The Walking Dead Mini-Golf klemmen. Es gibt schon wieder neuen Content. Wer hätte das gedacht? Es nennt sich Ice Lair und ist offensichtlich an irgendeiner... Ist da nicht mehr? Nein, da ist nicht mehr. Okay. Ich hab extra einen Link rausgesucht und dann sind nur so drei animierte GIFs. Offensichtlich an irgendein James-Bond-Film angelehnte Level in der üblichen netten Low-Poly-Grafik. Am 7. März kommt ein neuer DLC für Walkabout Mini-Golf. So, ebenfalls am 7. März kommt für die PlayStation VR 2... Achso, Mini-Golf kommt natürlich für alle Systeme, ne? Für die PlayStation VR 2 kommt dann am 7. März Overdark. Das hatte ich, glaube ich, schon in den letzten zwei Monats-Ankündigungen immer wieder drinne und immer wieder verschoben. Oder zumindest in den letzten Monatigen. Jetzt am 7. März soll es wirklich kommen und ist irgendein Gruseltitel. Also total egal für mich. Guckt euch den selber an. So, mir nicht egal ist Stilt. Auf das habe ich schon ewig gewartet. Wahrscheinlich der Titel, der Ghost of Tabor von meiner täglichen Routine verdrängen wird. Er kommt am 8. März raus. Hier auch für alle Systeme, unter anderem PlayStation VR 2. Und ihr könnt endlich, ich weiß, ihr wollt das alle sowieso... ...auf so Pömpeln durch die Gegend springen. Ja, und all die Leute, die immer wieder sagen... Ey, für sowas kaufe ich mir doch keine PlayStation VR 2. Boom, da ist endlich der Titel. Der die Investition rechtfertigt. Tschaka. Eigentlich sieht es ehrlich gesagt ein bisschen witzig aus, finde ich. Ja, hat sowas leicht, also die Mechanik sich davor zu bewegen, hat sowas ganz leicht Windländiges. Nicht so cool, weil es so Pömpel, aber könnte ganz witzig sein. Ich glaube sogar, auch dafür habe ich einen Key rumliegen. Muss ich mal gucken. Ihr merkt schon, es hat sich bei mir momentan ein bisschen was geändert, ja. Ja, weil ich gerade echt dieses Suchtproblem habe. Und es ist wirklich nicht so, dass ich einfach eine Stunde täglich Tabor spiele, sondern acht Stunden. Ja, da ist wirklich keine Zeit mehr für was anderes. All right. Übrigens mit Pausen aber, ja. Also ich spiele nachmittags paar Stunden, abends paar Stunden und dann nachts nochmal fünf, sechs Stunden. Außerdem haben wir, und das ist eigentlich eine schöne Geschichte, mal gucken, ob es abliefert. Einer meiner persönlichen Videospielhelden als Atari-Jünger ist Jeff Minter. Der hat nämlich damals auf Atari, auf allen möglichen 8-Bit-Computern irgendwelche blöde Scheiße produziert, die mich nicht interessiert hat. Aber auf dem Atari Jaguar hatte er einen absoluten Hit, nämlich eine Konvertierung eines alten Atari-Automaten namens Tempest. Tempest 2000 war ein für mich weltveränderndes Game, ja, ein Videospiel. Und es gab auch eine kurze Zeit lang übrigens eine Chance, dass Tempest 2000 für die VR erscheint. Er hat nämlich irgendwann mal eine Version gemacht, dann allerdings ohne offizielle Atari-Lizenz für die PS Vita. Das nannte sich Tempest 2K oder so, oder irgendwie so, also ein anderer Name auf jeden Fall. Und daraufhin hat ihn nämlich Atari bei den Eiern bekommen und verboten, das weiter zu verkaufen. Witzigerweise hat er dann allerdings Tempest 3000 für Atari gemacht. Die haben allerdings gesagt, er soll den VR-Modus, den er schon drin hatte, bitte rausnehmen, das wäre nicht so wichtig. So, egal. Jeff Minter hat uns dann auf dem, auf der PSVR 1 und ich glaube, es gab es auch für andere Systeme, trotzdem eine ganze Reihe von vollkommen bescheuerten, interessanten VR-Spielen geliefert. Und jetzt gibt es Neues. Auch am 08.03. kommt AKR raus. Und jetzt geht's. sogar offiziell von atari published wieder ist ja interessant und der interessante faktor daran soll eigentlich sein dass es vorher support hat ich bin aber gerade nicht in der lage dass hier an dem trailer irgendwo zu sehen muss ich gestehen okay wartet kurz das müssen wir rausfinden store also es kommt für ps4 ich bin verwirrt leute wartet wir müssen das mal rausfinden den link habe ich jetzt nämlich von einem acht monate alten trailer was soll denn das also dieses spiel kommt jetzt am achten dritten raus ich weiß noch nicht ob ich hier die version sehe die um die es sich gerade dreht weil ich hier steht immer nur ps4 und das ist angeblich am 21 2 23 ausgaben ich bin verwirrt wisst ihr was das werde ich noch mal in ruhe überprüfen denn ich schulde ich euch sowieso noch das klassische mosche alle releases im monat märz für die playstation 2 video ja ich habe es nicht vergessen nur verschoben also das kommt auch noch diesen monat auf jeden fall montag oder dienstag werde ich dann mal zusammenschneidern und dann werde ich mal rausfinden was mit diesem acker ist ich kann es gerade im store nicht finden obwohl es offiziell am 8 dritten für ps5 und ps2 rauskommen soll das ist gerade ein bisschen eigentümlich ich weiß nicht woran es liegt ich weiß aber auch dass es nicht unter diesen klassischen ps2 titeln zu finden ist denn da habe ich noch nicht gesehen bisher so ist das leben manchmal so ebenfalls am 8 dritten für die playstation via 2 kommt system to critical und shooter ist das gucken wir mal rein ja mopp Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, okay, so geht es halt weiter. Also man schießt auf Sachen. Schauen wir mal. Irgendwelche Menschen haben gesagt, das wäre so ein bisschen wie so ein VR-Metro-Metroid oder so. Offensichtlich grafisch eher nicht so. Sieht sehr simpel aus. Keine Ahnung. Also wenn sowas von der Spielmechanik gut gemacht ist, kann das durchaus Spaß machen. Ich würde jetzt, also für mich sieht es jetzt aus wie so ein gutes altes Doom oder so. Einfach Rennen und alles platt machen auf die unterschiedlichsten Art und Weisen. Kann Spaß machen. Ich bin mal gespannt. Der Mensch hat mich noch nicht mit einem Key beworfen. Das wäre allerdings einer der Titel, wo ich auch tatsächlich Bock habe, mal reinzugucken. Wenn ich Zeit habe. So, jetzt kommen wir zur Zukunft der Welt. Es gab eine neue Ankündigung im PlayStation 2 Store. Und haltet euch fest, ich weiß, ihr seid aufgeregt. Und tatsächlich wird das offensichtlich auch schon am 13.03. released. Echt jetzt? Okay, das habe ich bisher noch nicht mitgekommen. Muss ich unbedingt in meine März-Release-Liste machen. Nämlich Forest Farm. Und ich weiß, ihr seid aufgeregt. Habt dem entgegengefiebert. Viele denken, was würde ich lieber nehmen? Half-Life Alyx für die PlayStation 2. Killzone 1, 2 und 3 in neuen Versionen für die PlayStation 2. Mit Bonus des vierten Killzone-Teils. Oder Forest Farm. Ich weiß. Und jetzt gibt es den Trailer dazu. Guckt euch das an. So, für jemanden, der das oberflächlich anguckt, denkt ihr vielleicht, da wäre eine Farm, die in einem Wald ist. Was sie tatsächlich von den anderen Farmspielen ganz schön unterscheidet. Die sind nämlich nicht in Wäldern. Die sind einfach draußen. Das ist der Inhalt. Ja. Am 13.03. ist es endlich soweit. Und wir werden da reingucken können. Hat der gerade in den Busch ins Wasser geworfen? Ja. Ich denke mal, jetzt kommt gleich die Stelle, wo man auch alle anderen Mitspieler umbringen kann. Hoffe ich. Nein. Ich weiß es nicht. Ist einfach so ein kleines Garten-Simulator-Spiel. Open World Farming Sandbox. Arbeiten Sie Ihren überwachsenen Wald in einer blühenden Farm. Arbeiten Sie Ihren überwachsenen Wald in eine blühende Farm. Löschen Sie die Wälder. Wachsen Sie Pflanzen. Wachsen Sie Pflanzen? Was ist denn hier passiert mit der Übersetzung? Ist ja keiner mehr zu Hause bei Sony, oder was? Wachsen Sie Pflanzen. Halten Sie Tiere, bastelnde Zäune und vieles mehr. Verwandeln Sie eine wilde Landschaft in Ihren Traumfarm. Das steht hier so, Leute. Füttern Sie die Zitadelle. Vollständige Quest für die Bürger der Zitadelle, um ihren Respekt zu verdienen. Eine reichheitige Ernte anbauen. Wählen Sie aus 21 Pflanzen, Gemüse und Obst aus, um aus sieben verschiedenen Geschichten zu wachsen. Bäume, Obst, Bäume, Büsche. Okay, ich denke mal, das ist präzise. Das kommt dann jetzt schon am 13. raus. Es gab einen neuen Trailer für The Utility Room. Beziehungsweise eigentlich auch die erste offizielle Ankündigung. Guck mal da rein. Tatsächlich sieht das ein bisschen ulkiger aus. Vom reinen Ansehen habe ich noch nicht verstanden, worum es da geht. This V-Air Journey takes you to the behind the scenes of the universe. Beyond a door lies a barren landscape in a bit by strange rocky heads. Here the maintenance and heavy lifting requires keeps access... Ich habe keine Ahnung. Ich kann kein Englisch, Leute. Also ihr seid irgendwie in der Landschaft und da regieren große Köpfe. Und ich liebe es. Diesmal kein Witz. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich habe eine merkwürdige Faszination, in leeren, abstrakten VR-Welten rumzurennen. Und das könnte das hier bedienen. Ich weiß aber ums Verrecken nicht, worum es da geht. Wir gucken mal. Ah ja. Das passiert, wenn man den Link anklickt. Gut. Hallo? The Utility Room. Das ist ja merkwürdig. Hello? Is it you? Nanananananana. Es ist zwar unter dem Video ein Link, aber das existiert nicht im Store. Warum sollte es auch existieren? Das ist vollkommen überbewertet. Ja. Irgendwann in der Zukunft kommt dieses Spiel auch auf The PlayStation VR 2 und wird euch hoffentlich genauso verwirren wie mich jetzt gerade. Große Köpfe und so. Ich weiß nicht mehr, wann das war. 2019 oder so, da kam auch für The PlayStation VR 1 um Jahreswechsel herum, auch so Spiele raus. Wo man immer durch, also es waren im Kern Rätselspiele, wo man durch eine riesige oder eine verhältnismäßig große, komplett leere, leicht abstrakte Welt lief. Und ich weiß auch nicht warum. Ich war mental dazu bereit. Ich habe das in der Zeit wirklich gerne gespielt. So, aber ich konnte The Utility Room hier auch noch nicht entdecken, muss ich gestehen. Also, keine Ahnung, wer da wem gesagt hat, er kann den Trailer rauslassen mit einem Link, der noch nicht existiert. Ich sage euch, bei Sony ist gerade Land unter. Ja. Die sind alle verrückt geworden. So, jetzt gibt es eine gute Nachricht für einen einzigen Zuschauer. Der fragt mich schon immer danach. Und zwar Medieval Dynasty New Settlement Pre-Order Trailer für Quest. Quest 2, Quest 3, Quest Pro. Quest heißt der Geier. Ist eigentlich ein Titel, der ursprünglich auch für Multi-Plattform angekündigt wurde. Aber jetzt am 28. März erstmal für Quest. Und das ist so ein Survival-Construction-Spiel in einem Mittelalter-Setting. Für Fleischer. Die ganzen Töpfe angezündet. Dieses eine Spiel, was ich euch vorhin gezeigt hatte, jetzt habe ich auch den Namen schon wieder vergessen. Strafed VR. Das ist nämlich genau das, nur nicht Mittelalter. Aber da ist man auch komplett nackt auf einer Insel und muss einfach versuchen zu surviven. Man hat erstmal nur ein Messer und irgendwie und fängt dann an, Büsche abzuschneiden, Bäume und so weiter. Und dann aus dem Holz kann man sich das erste Mal Sachen machen und so weiter und so weiter. Das geht bis dahin, dass man wirklich irgendwann sich ganze Häuser bauen kann. Da gab es halt schon so eine schlumpfige Version, irgendwie eine Alpha oder so über Weihnachten. Das habe ich mit Benny und Piranha gespielt. Und Piranha hat auch echt wieder durchgesuchtet und ganze Häuser und so gebaut. Und der Witz daran war aber, dass es Multiplayer hat. Da liefen lauter so Nugget Dice rum, die versucht haben irgendwie zu überleben. Und das endete darin, dass irgendwann die ersten Leute schon Kalaschnikows hatten und natürlich alle anderen massakrieren konnten und so. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich das hier sehe, denke ich immer, ja okay, mit so einer Multiplayer-Komponente, ja, ihr baut euch da was auf, bumm, bumm, bumm und so. Aber wie geil ist das denn, wenn dann irgendwann am anderen Ende dieses Landes halt Leute genau dasselbe gemacht haben und dann trifft man sich und muss sich vielleicht bekämpfen oder kann sich Handel miteinander treiben oder so. Das hier scheint jetzt für mich eher eine Singleplayer-Experience zu sein. Macht aber eigentlich einen ganz netten Eindruck. Pre-Order now. 28.03., kommt der Quest raus, wissen wir Bescheid. Und dann gibt es auch noch eine schöne Nachricht für unsere Freunde, die am PC sitzen und Autorennen fahren wollen. Denn auch F1-24, Rays, Back onto, achso, nee, warte mal, Entschuldigung. Ich glaube, das Spiel heißt einfach nur F1-24, wie das Jahr. Denn auch diese Inkarnation eines F1-Spiels bekommt auf dem PC VR-Support. Wurgemerkt nur auf dem PC. Kommt am 31. Mai und hat VR. Das ist doch schön. Viel interessanter ist die Frage, warum. Der Titel kommt nämlich selbstverständlich auch auf zum Beispiel der Playstation 5 raus. Machen wir Musik leider. Fickt einen, nur YouTube. Ja, sie bauen VR rein, warum denn nicht für die Playstation 2 auch? Ganz, ganz offensichtlich eine Frage, die hier im Raum steht. Aber da ist nichts angekündigt. Und auch der Vorgänger hatte das schon nicht. Also wird das wohl auch nichts werden. Und da ist so der Moment, wo ich denke, ja Sony, sonst gebt denen doch auch mal ein paar Euro. Genauso wie Capcom oder so. Warum nicht? Keine Ahnung, wo dran es da liegt. Vielleicht wollen die auch keine Konkurrenz zu ihrem eigenen GT7. Ich weiß es einfach nicht. Wir alle werden es nie rausfinden. Und damit habe ich aber tatsächlich die News, die ich für heute alle auf dem Zettel hatte, durch. Meine Lieben, ihr seid fertig. Ich bin fertig. Es war jetzt deutlich monologiger als newsiger im Verhältnis zu sonst. Aber wie ihr gemerkt habt, gab es auch ein bisschen Grund, offensichtlich für mich, mal meine Gedanken zu den aktuellen Playstation 2 und der ganze VR-Markt Themen zu äußern. Jetzt hätten wir noch ein bisschen Luft, um uns miteinander zu unterhalten, wenn ihr Lust habt. Warum nur PC? Philipp. Ja. Die Frage stellen wir uns alle. Ich glaube, irgend so ein klassisches Autorennspiel von EA gab es ja sogar letztens für die Quest. Und das war halt wirklich auf der Plattform einfach nur noch scheiße. Also, aber Hauptsache auf Quest Release. So, Kinder. Jetzt habe ich ganz viel geredet. Jetzt seid ihr mal bitte dran. Bitte stellt mir Fragen oder sagt mir eure Meinung zu dem Thema, gibt es eine Zukunft für die Playstation 2 in diesem Jahr? Werden wir noch fette AAA-Titel bekommen oder eher nicht? Was da los? Würde mich mal interessieren. Ich meine, ich habe es ja mit Umfragen schon ein bisschen gecovert, sodass ich grundsätzlich, glaube ich, denke zu wissen, dass die Leute da draußen halt auch so ein bisschen untriebig sind, was das angeht. Weil es halt einfach keine großen Ankündigungen gibt. Aber vielleicht hilft euch die Information, dass das gar kein Playstation 2 Problem ist. Es gibt auch keine großen Ankündigungen für die Playstation 5 oder für die Xbox oder für den PC oder so. Also zumindest ein paar schon. Aber man entscheidet auch immer, ob das für sich selber groß ist, was da ankündigt wird. Also von Sony kommen das komplette Jahr 2024 mit Sony-Ansage, keine God of Wars, keine Nachfolger von Last of Us und keine Spider-Mense und so. Nichts der großen IPs. Demzufolge, ich halte sogar die Wahrscheinlichkeit für höher, dass ein Astro-Bot rauskommt, weil das eigentlich jetzt noch keine klassische große IP ist, als irgendein Flat-Titel, muss ich sagen. Genau genommen würde ich es wahrscheinlich auch ziemlich, oder die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass zum Beispiel das nächste Astro-Bot ein Hybrid-Titel wird, finde ich. So, Mugwey. Klar, Half-Life Alyx wird nächste Woche Shadow Drop für PSVR 2. Und möglichst es nicht. Nein, dann heißt die PSVR 2, warte mal. Nein, dann heißt sie PSVR 2 Pro. Achso, Philipp hat gesagt, denkst du, wird überhaupt eine PSVR 2.3 kommen? Ey, ich habe gar kein Bauchgefühl mehr zu dieser Geschichte. So, wie Sony jetzt die PSVR 2 veranstaltet hat, also was Promotion und Technik und Games und so bedeutet. Und in dem Kontext, in dem wir gerade leben, in einer Welt, wo wirklich gerade große Probleme existieren, wage ich es nicht zu hoffen, dass es nach der noch nicht gescheiterten PSVR 2, aber ich gehe mal davon aus, also die PSVR 2 macht jetzt gerade nicht denselben Run wie eine PSVR 1 noch, ja. Die hatte ja nach einem Jahr, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall auch schon fast zwei Millionen verkauft oder so. Ich würde mich wundern, wenn die PSVR 2 jetzt nach dem ersten Jahr eine Million verkauft hat, ja. Also da ist schon klar, sie ist teurer und die Zeiten haben sich geändert, ja. Die Leute haben das Geld nicht mehr so locker wie 2016, 17. Anyway. Ich freue mich auf Psycube VR, sagt Adula. Es gibt eine gewisse Chance, dass es auch am März kommt, ja. Es ist offiziell für März angekündigt, aber es war auch schon offiziell für Februar angekündigt, deswegen, keine Ahnung. Immer ohne konkretes Datum, nur für den Monat, ja. Ja, und ich glaube, ich habe aufgegeben, ich habe den Entwickler gefragt, ja, wann kommt es denn jetzt? Und ich glaube, die Antwort war so, dass ich gedacht habe, naja, da frage ich jetzt aber nicht nochmal. Es kommt, wenn es fertig ist. So, haut mal raus, Kinder. Was habt ihr noch auf dem Herzen oder habt ihr konkrete Fragen an mich, dann beantworte ich die gerne. Genau, wir haben eine Krise, weil die Leute auch auf Krisenmodus sind, ja. Bei keinem sitzt nach den ganzen Corona-Problematiken und so weiter das Geld noch so locker wie früher. Und das wirkt sich auf eine Unterhaltungsindustrie immer sofort aus, ja. Die Leute achten jetzt mehr auf ihr Geld und, keine Ahnung, also wie gesagt, ich bin da kein Fachmann, ich stecke nicht so drin. Aber wir haben einfach eine Krise. Diese Info passt ja auch, das kann man ja so hinnehmen. Das kann man ja so hinnehmen. Das kann man ja so hinnehmen. Meinst du, Bethesda bringt, nachdem sie von MS aufgekocht wurden, sind Skyrim VR nochmal für die PSVR 2 raus? Und leider ist die VR-Industrie von MS ja leider nicht sonderlich vorhanden. Keine Chance, würde ich mal sagen. Ja, also jetzt Skyrim generell nochmal auch für diese Generation rauszubringen, ist wahrscheinlich sowieso schon schwierig. Und in VR halt auf gar keinen Fall. Also ich wüsste überhaupt nicht, wer in irgendeiner Pipeline bei Microsoft bis Bethesda das auch nur in einer Schnaps-ID-Version haben sollte. Gar nicht. Technik-Channel, nenne drei Maßnahmen, wo die PS2 noch Erfolg werden könnte. Nö, mach ich nicht. Mach selber. Ich wüsste nicht, wofür das gut sein soll. Also wir sitzen ja alle und sind natürlich total oberschlau und wissen alles besser, was müsste total passieren. Aber es passiert nicht. Und es liegt nicht daran, dass da draußen alle dumm sind, sondern dass sie nicht mehr leisten können. Ich glaube, das habe ich für mich rausgefunden. Warum kriegen wir lahme Quest-Ports? Weil das alles ist, was zurzeit möglich ist, wenn man keine geistige Behinderung hat und in der Game-Industrie Geld verdienen möchte. Ganz simple Antwort. So, alles andere ist kluge Scheiße und nutzlos. Hast du schon mal eine Apple Vision Pro live getestet? Fürs Gaming ist die nix, aber gerade Pass-2, Augentracking und Display hat mich beeindruckt. Wie siehst du die Zukunft damit? Ralf, ne, habe ich noch nicht. Ich hatte nicht die Gelegenheit, spielt in meiner Realität auch jetzt keine wahnsinnige Rolle. Neugierig wäre ich, aber ich habe nicht die Gelegenheit und wüsste auch nicht, dass ich sie demnächst kriege. Wird es ein Redmatter 3 geben? Da wiederum bin ich irgendwie erstaunlich sicher. Nachdem Redmatter 1 und 2 große Erfolge waren, wüsste ich nicht, was gegen ein Dreierteil spricht. Ich persönlich würde mir aber wünschen, dass dieses talentierte Studio auch nochmal was anderes macht. Ich fand die Spiele jetzt richtig geil, aber ich hätte jetzt auch mal Bock von denen was anderes zu sehen, weil sie einfach großartig sind. Und ein Redmatter 3 wäre halt, da weiß ich jetzt, was ich erwarte und ich würde von denen nochmal gerne was Neues bekommen. Benjamin Gordo, hier müsst ihr alle Spiele kaufen von VR-Spielen. Benjamin, genau. Ja. Genau. Ja. Wir müssten eigentlich alle VR-Spiele kaufen, aber das Problem ist halt auch immer, dass wir haben ja nur eine bestimmte Menge Geld oder Lust, Geld auszugeben. Und ich glaube schon, dass keiner ein Spiel kauft, auf das er eigentlich keine Lust hat, also es zu spielen, nur um den Entwickler zu supporten. Das ist schwierig. Wenn sie Spiele dank KI billiger zu produzieren sind, wird es vielleicht besser für den VR-Nachschub. Deep Six. Frommer Wunsch, weiß man nicht, ist alles noch Fantasie. Also, das Problem mit VR ist ja vielschichtig. Also, dieser Wunsch, dass es Massenmarkt ist, der existiert ja nicht nur, damit die Spiele besser und komplexer werden, sondern damit die Hardware auch benutzbarer wird. Wir alle haben uns damit abgefunden, irgendwie mit einer ekligen Kiste im Gesicht stundenlang zu verbringen, weil wir dadurch das erreichen, was uns irgendwie wichtig ist. Das machen aber nicht alle Menschen. Das kann man nicht verlangen. Und damit die Hardware allerdings dahin kommt, dass sie eleganter und benutzbarer wird, muss das Ding halt für mehr Menschen wichtig werden. Und das muss den Massenmarkt erreichen und ohne das wird es schwierig immer bleiben. Achso, und ohne, also, selbst wenn die Spieleentwicklung plötzlich viel einfacher wird, haben wir dann trotzdem keinen Zustand, dass die Hardware auch parallel dazu besser wird. Ich weiß es nicht, nee, keine Ahnung. Irgendwie muss das alles Hand in Hand gehen und passen. So, an mir liegen es nicht, ich habe 650 VR-Games. Ach man, gewünscht an Scheiße wie bei MP3. What the fuck? Denkst du, dass die Massenentlassungen auch mit dem Fortschritt der KI-Zusammenhang mit der Videospielproduktion stehen? Nee, noch nicht, noch nicht. Das ist erst die nächste Welle, genau. Ganz nett, dass du fragst. Nee, momentan ist nur der Klassiker, ja, wir haben irgendwie ein Tief, also werden klassisch Leute entlassen. In den Pipelines der Spieleentwickler, glaube ich, spielt KI noch keine Rolle. Ja, das sind große, träge Systeme und das ist noch nicht in der Produktion real, was da so möglich ist. Das ist noch, also versteht ihr, irgendwie, wenn ich alleine irgendwie agiere und einen Film mache, dann kann ich halt die verschiedenen Schritte davon beeinflussen. Wenn ihr Filme oder Videospiele produziert, wo ein Team aus 200, 300 Leuten mitarbeitet, dann gibt es feste Pipelines, Arbeitsschritte, die gemacht werden müssen und so weiter. Ja, und die sind sehr träge und über die Jahre aufgebaut und wenn irgendwie einfach nur seit 1, 2 Jahren so langsam neue Technologien auftauchen, das passiert nicht sofort, dass das dann in so einer Produktion landet. Also KI hat momentan keine Schuld an der aktuellen Krise, das kommt aber noch, ja, also nach dieser normalen Weltkrise aus der Welt, die wir kennen, kommt danach auch die Krise, wo alle Leute wie ich nichts mehr zu tun haben, weil dann die KI alles macht. Genau, das kommt auch noch und wird in der Game-Industrie, glaube ich, aber eher helfen, ja, weil dann nicht mehr irgendwie 300 Deppen einfach jedes Mal Rom neu zusammenhämmern müssen, damit ihr einmal durchlaufen könnt und irgendeinen Tiger köpfen, sondern das scheißt dann einfach eine KI aus und man kann sich auf wichtigere Aspekte der Spiele konzentrieren. Und in irgendeiner fantastischen Welt, stellt euch mal vor, ein Spiel wie No Man's Guide zum Beispiel, da ist ja die ganze Welt parametrisch, ja, also auch schon, also da basiert die Welt auf immer wieder etwas anders zusammengebauten, vorgefertigten mathematischen Formen und so weiter, ja. Und wenn man das jetzt zum Beispiel tatsächlich mit der Möglichkeit der Content-Kreation von KI koppelt und so weiter, das könnte wirklich gigantisch werden, ja, also große Open Worlds, die im Prinzip dem entsprechen, was heutzutage als Hand gemacht gilt, könnten halt dann wirklich in Nullkommanichts gemacht werden, ja. Das reine Machen bedeutet aber auch noch nicht, dass sie für ein Spiel gut sind, ja, also wenn ihr euch ein bisschen mit Entstehungsprozessen von Videospielen beschäftigt, ja, da gehört noch mehr zu, als einfach nur eine tolle Welt zu haben. Die muss halt auch funktionieren für Spiele auf ganz verschiedenen, vielen Ebenen. Auch das kann man aber einer KI erzählen, dass das so sein soll und so weiter, also, ja, da wird viel passieren, aber das ist noch nicht so weit, das dauert jetzt noch. Wo siehst du KI in der Gaming-Industrie auch Bezug auf deinen Job? Genau, habe ich eben so ein bisschen mit eingefasst, ne. Also Leute wie ich werden dann auf jeden Fall nicht mehr so nötig sein für das, was sie zumindest jetzt gerade leisten. Ich gehe davon aus, dass die aber immer noch irgendwas beisteuern können insgesamt. Aber das ist sehr groß, sehr offen und ich weiß auch zu wenig über, was gerade passiert. Ja. Wie stehst du zu KI in der Gaming-Industrie, genau? Ich sehe halt viel Potenzial bei KI in Spielwelten, um mit NPCs zu interagieren. Ja, sowas zum Beispiel ist auch alles ganz nett. KI dauert aber noch, bevor die Animation, die der Kunde haben will, genau passt, sagt der Jungen. Ja, also, ja, der Jungen, der macht nämlich genau denselben Job wie ich. Ja, ich glaube, ein, zwei Jahre haben wir noch, bis die KI genau das macht, was der Kunde will. Du kannst in Sky im VR zum Beispiel, ja, wie auch immer. Benjamin Gordo, wie heißt das Zombie-Ding? Ich habe das eben im Shop kurz gesehen und wollte mir das mal ein Video angucken, ob es was für mich ist. Benjamin Gordo. Ich nehme mal an, ihr meint Zombie-Army. Ja, das ist das neue Zombiespiel, das neu angekündigte. Bei Autoren verstehe ich es nicht, weil das ist doch einfach, da braucht man noch nicht mal End-Controller. Bis dahin bist du in Rente, Mo? Keine Sorgen. Ich mache mir auch keine Sorgen. Mir hat auch keiner gesagt, ich soll Pixel-Grafik und später Polygon-Grafik machen. Ich bin dorthin gekommen, weil es mich interessiert hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in fünf Jahren auch irgendwas weiß, was mich interessiert. Und ich mache mir da keine Sorgen. Also, es ist absehbar, dass die Art und Weise, wie wir heutzutage Grafik produzieren, bewegte Grafik und so, abgelöst wird durch bessere Technologien. Das, glaube ich, ist auch okay und richtig. Und der Job, den ich gerade mache, wird auf die eine oder andere Art wegfallen. Aber Dinge, die ich weiß, werden erstmal auch noch nicht wegfallen und so weiter. Also, ja, ich mache mir keine Sorgen. Wird schon irgendwie. Horror-Adventure, Zombie. Ja, offensichtlich habe ich herausgefunden, ich muss einfach nur im Internet rumsappeln. Und das ist jetzt mein neues Einkommen. Entschuldigt, Leute. Vielen, vielen, vielen Dank, Philipp. Danke für den unterhaltsamen Abend, sagt er. Ja, sehr, sehr gerne. Also, normalerweise bin ich hier ein bisschen Neuigkeiten orientiert und nicht so viel rumgelabermäßig. Aber es war jetzt mal der Zeitpunkt, irgendwie so ein bisschen Sachen anzusprechen. Lebenszeit ist begrenzt. Bin nach dem letzten Assassin's Creed mit teils 200 Stunden auf der Uhr zu vorher gewechselt. Nexus war da richtig kurz. Tabor scheint ja dein Zeitfresser zu sein. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist ja im Gegensatz zu diesen klassischen Story-Spielen wie Assassin's Creed oder so. Ja, wobei ich weiß gar nicht so viel über Assassin's Creed. Die haben ja mittlerweile auch so Open Worlds und so Schnickschnack. Ja, auf jeden Fall sowas wie Ghost of Tabor ist im Prinzip unendlich. Also, ihr habt halt eine feste Umgebung. Ihr habt feste Parameter, die passieren. Nämlich, dass ihr da mit NPCs und zwölf Leuten auf der Insel seid und euch alle gegenseitig erfreuen, beschenken und umbringen könnt. Je nachdem, wie es läuft und je nachdem, was für Leute gerade da sind. Und das Ergebnis ist halt jedes Mal ein durchaus anderes Erlebnis. Und das fühlt sich halt dadurch, dass da quasi so eine Art Wirtschaftssystem angeknüpft ist, halt irgendwie real an. Für mich zumindest und für Leute, mit denen ich zusammenspiele, ist das irgendwie eine reale Welt, in die wir eintauchen und jedes Mal ein neues Abenteuer erleben. Manchmal ist es auch echt scheiße, manchmal ist es auch echt frustrierend. Manchmal rüstet man sich aus mit den fettesten Sachen, die man da hat und hält sich für Killboy persönlich und wird innerhalb der ersten drei Minuten im Raid weggemäht, als wenn man ein nacktes Baby wäre. Und manchmal geht man als nacktes Baby rein, ohne eine kugelsichere Weste, mit nichts in der Hand, als dem Willen zu überleben, tötet 15 andere Spieler und geht als reicher Mann aus der Runde raus und so weiter. Und das ist das, was mich fasziniert. Und tatsächlich, das kann mir kein AAA Assassin's Creed in VR liefern oder so. Dieses Gefühl. Aber ist auch nur ein Gefühl, was ich irgendwie geil finde. Es gibt unterschiedliche Geschmäcker. Also Philipp nochmal, Spikermann, vielen, vielen Dank. Isa, ja, ich habe die Utschda-Anfrage gesehen. Ich dachte, wir müssen heute keinen Utschen wegen deiner Mora. Hast du Utschda-Bedarf? Sag mal Bescheid. Was meinst du, wird Hogwarts als VR rauskommen? Niemals offiziell. So jetzt aber wirklich heute rein, Leute, ist immer spannend, Mo seine Gedanken zu hören. Es freut mich. Ich gehe davon aus, dass viele Leute meine Gedanken auch sehr verwirrend und beängstigend finden. Zumindest, wenn ich so ein paar Kommentare unter den letzten Alternative Reality-Putten-Podcast lese. Aber das ist auch gut so. Einer muss ja Angst haben für uns alle. So, Black Viper. Moin, moin. Kommst du late, Bruder. Alright. So, Kennerchen. Es ist 22 Uhr. Tatsächlich ein guter Zeitpunkt, jetzt mal Feierabend zu machen. Ich habe mich gedanklich heute komplett ausgekotzt. Aber das ändert nichts daran, dass mein momentaner Lebensmittelpunkt sich trotzdem um VR dreht. Ja, dass ich immer noch mehr aus dieser Technologie holen möchte, dass ich es weiterhin interessant finde, dass ich immer noch hoffe, dass es Sprünge macht, dass es besser wird, leichter wird, cooler wird, benutzbarer, dass der Content interessanter und fortschrittlicher wird. Ob das jetzt durch KI oder Menschenhand passiert, Hauptsache es passiert. Meine Fantasie, was wir in Zukunft auf Technologien machen könnten, ist unendlich. Aber ich bin auch wirklich nach acht Jahren VR mit den Füßen auf dem Boden und weiß ganz genau, was hier gerade passiert und was nicht passiert und mache mir auch keine großen Illusionen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, ich habe keinen Hunger. Hast du Hunger? Ich habe keinen Hunger. Dann machen wir jetzt Utschi. Okay. Okay, das war der Ghost of Isor, der mich jetzt ruft. Ja. Gernchen. Also, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr habt alle die Daumen gedrückt. Ey, Isar hat gar nicht nach den Daumen gefragt heute. Verdammt, ich auch nicht. Ich habe auch nicht daran gedacht. Aber Mann, ey, was bin ich für ein YouTuber? Ich mache hier stundenlang Sachen und erinnere euch nicht alle 20 Minuten, 2 Minuten, 5 Minuten, dass ihr liken und abonnieren müsst. Das stimmt mit mir nicht. Es ist wirklich schlimm, wenn man irgendwas aus Leidenschaft macht und nicht aus anderen Gründen. Kinderchen, genau. Wir sind jetzt fertig. Das hier ist das Ende. Und ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was wir hier am 3. März 2025 machen. Ich denke mal, da können wir einige von den Fragen, die wir uns heute stellen, beantworten. Ich hoffe. Wir können so ein bisschen lächeln und sagen, wisst ihr noch, wie wir uns damit Sorgen gemacht haben? Es gibt auch eine gewisse Chance, dass wir da sitzen und sagen werden, alter Schwede, ich hätte im 3. März 2024 nicht gedacht, dass es wirklich so schlimm wird. Die Chancen sind da, meine Lieben. Aber bis dahin können wir alle Ghost of Tabor und Contractors Showdown spielen oder einfach nochmal eine Runde Resident Evil 4 AAA Arroganz genießen und Spaß in VR haben. Die Spiele, die wir schon da haben und so, die kann uns ja auch keiner mehr wegnehmen. Die können nur die Server abschalten, sodass wir online nicht mehr gehen können. Ja, okay, dann wird es wirklich ein bisschen trüber. Aber, ich glaube, das war das Stichwort. Ja, so, also danke, dass ihr den Spaß alle mitgemacht habt. Wie gesagt, ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn Leute das später sehen. Schreibt mir ruhig mal eure Meinung zu den ganzen Themen drauf. Ich mache natürlich manchmal Umfragen, mich interessiert das alles. Ich weiß auch, wie gesagt, von den Kommentaren, dass beim letzten Podcast, wo ich schon ähnliche Gedanken geäußert habe über die ganze Industrie und meine Sorgen, die ich mir ein bisschen mache, dass Leute irgendwie das überhaupt nicht teilen und alles geil finden und PC-Anbindungen an Playstation VR, das ist supi. Und wahrscheinlich wird es ja dann auch Astrobot für PC plötzlich geben und so. Also da kommen auch immer Sachen zusammen. In welcher Realität, Alter? No. Aber wir wissen es alle nicht. Vielleicht wird alles viel besser, als man denkt. Danke für den tollen Abend. Ja, ich bedanke mich bei euch und besonders bei den Leuten, die hier Geld gespendet haben. Ihr seid absolut verrückte, vollkommen großartige Menschen. Ich spiele jetzt Musik von Darwin, der auch ein vollkommen großartiger Mensch war und diesen Song hier einfach gemacht hat. Und guckt noch ein bisschen dazu. Und wer es noch nicht getan hat, Däumchen drücken. Die Gläser beschlagen und der scheiß Arm wird lahm. Es wird hier super hot, aber Mann, der Spaß ist da. Und ob wir noch ne Runde zocken, wird nicht nachgefragt. Aber halt, stopp. Es ist schon kurz vor sechs und wir wechseln von der PS auf YouTube jetzt. Denn es gibt Views von Mo, ob PC oder Quest. Es gibt viele da draußen, aber simply the best is Mo. Der best is Mo. Der best is Mo. Der best is Mo. Mo von VR ist Mo. Der best is Mo. Der best is Mo. Der best is Mo. Tänzen, Mo von VR. Gibt's was Neues in VR? Sei sicher, Mo geht live und unterhält dich mit zwei Stunden No Man's Sky. Auf jedes First Impression kannst du dich verlassen. Also lass ein Abo da, dann kannst du nichts verpassen. Ob auf Rügen im geschlossenen Buden mit gutem WLAN. Hier gibt's heute kein Schnitzel. Alter, was geht, Mann? Oder direkt von der Messe mit dem Phone. Voller Einsatz. Der best is Mo. Der best is Mo. Der best is Mo. Der best is Mo. Mo von VR ist Mo. Der best is Mo. Der best is Mo. Der best is Mo. Tänzen, Mo von VR. Mo von VR. Mo von VR. Mo von VR. So. Ich werde weiterhin versuchen, die Behauptungen im Song zu unterstützen. Bis Danzen. Macht euch eine wunderschöne nächste Woche. Wir sehen uns auf jeden Fall auf die eine oder andere Art und Weise. und spielen uns in VR. Und die Leute, die gerne bei Let's Play und Talk mitspielen wollen, bitte achtet darauf, wenn ich euch unter dem Video auf YouTube schreibe, ob ihr jetzt bereit seid. Ich bin darauf angewiesen, dass ihr antwortet. Bye, bye.